Geschätzte Bezirkskommandanten, geschätzte Abschnittskommandanten, liebe Feuerwehrkommandantinnen, Feuerkommandanten, geschätzte Kommandomitglieder, liebe Hörer und Mitverfolger des heutigen Webinars Kommandanten Weiterbildung. Ich darf euch seitens der Landesfeuerwehrschule recht herzlich zu diesem Webinar, zu diesem Abend, circa in der Dauer von zwei Stunden recht herzlich begrüßen. Besonderer Gruß gilt natürlich unserem Herrn Landesfeuerwehrkommandanten Robert Meier, der im Anschluss ja eine Stunde Informationen, einen Vortrag aktuelles aus dem Landesfeuerwehrverband vortragen wird. Ebenfalls herzlich begrüßen möchte ich unseren Landesfeuerwehrkommandanten-Stellvertreter Michael Butterer. Folgender Ablauf wird beim Webinar sehen und zwar bei Rahmenbedingungen möchte ich euch noch sagen, wie das Webinar dementsprechend abläuft und wie nach dem Webinar die Informationen euch zur Verfügung gestellt werden. Es folgt dann der Vortrag des Landesfeuerwehrkommandanten aktuelles aus dem Landesfeuerwehrverband. Dann der zweite Vortrag wie angekündigt von Brandrat Markus Vogelhuber, aktuelles aus dem Bereich Verbandsorganisation und ich mache dann nochmal den Schluss mit einer Zusammenfassung und einem kurzen Ausblick auf die weiteren Kommandanten Weiterbildungssequenzen. Ja, der Kommandanten Weiterbildungslehrgang heuer erstmals, ja ganz klar Corona bedingt, als Webinar. Es hat durchregen Zuspruch gehabt. Wir haben circa 800 Anmeldungen gehabt. Alle Organe, Mitarbeiter des Landesfeuerwehrverbandes haben sich anmelden können und alle Kommandanten und Stellvertreter der Oberösterreichischen Feuerwehren. Das heißt 800 Anmeldungen aus und das ist auch eine sehr, sehr erfreuliche Zahl, circa 540 Feuerwehren Oberösterreichs. Es wird parallel, wir haben schon einige Webinare gehabt, eine Chatfunktion geben. Das heißt zum aktuellen Vortrag können Fragen gestellt werden. Es ist im Hintergrund wieder ein Team, das die Fragen beantwortet. Sollte die Frage nicht sofort beantwortet oder vielleicht auch beantwortet werden können, im Anschluss an das Webinar versuchen wir, dass dementsprechend die Fragen beantwortet werden und es werden zusätzlich alle gestellten Fragen gesammelt werden und dann auf der Homepage unter den FAQs beantwortet werden. Ein Hinweis, das Webinar wird auch aufgezeichnet. Der Link wird dann zur Verfügung gestellt im Download-Bereich auf der Homepage des Verbandes. Weiters werden natürlich auch, wie gehabt, die Vorträge online zur Verfügung gestellt werden. Jetzt aber immer gleich im Anschluss an das Webinar. Das heißt morgen oder übermorgen sind die Vorträge online, weil ja die Kommandanten-Weiterbildungssequenzen immer mit anderen Themen beinhaltet sind. Der erste Durchgang des Nitris ist ja beinahe beendet. Das heißt mindestens 30 Läufer sind bereits im Ziel. Jetzt könnt ihr die nächsten zwei Stunden unserem Kommandanten-Weiterbildungs-Webinar lauschen, vor allem den Landesvorüberkommandanten und natürlich unseren Brandrat Markus Vogelhuber und wir werden uns bemühen, dass wir pünktlich um 20.30 Uhr auch wieder fertig sein, wo ja ein Österreicher in Führung liegt und um 20.45 Uhr der zweite Durchgang des Nitris stattfinden wird. Herr Landesvorüberkommandant, darf ich dich bitten um deinen Vortrag. Ja, lieber Schulleiter, Stellvertreter, lieber Gottfried, danke für die Einleitung und Einführung. Ja, auch eine Premiere, ein erstes Webinar ist es ja nicht mehr, aber die erste Kommandanten-Weiterbildung in Form eines Webinars. Und ich darf alle ganz herzlich begrüßen, geschätzte Bezirkskommandanten, Abschiedskommandanten, liebe Kommandantinnen, Kommandanten, Führungskräfte der oberösterreichischen Feuerwehren, liebe Kameradinnen und Kameraden, herzliches Willkommen hier aus dem Lehrsaal 3 der Landesfeuerwehrschule Oberösterreich. Und ich habe zu Beginn zu der Mannschaft, die hier versammelt ist und hier technisch und organisatorisch das Ganze entsprechend unterstützt, eigentlich auch ein beeindruckendes Bild, welche Studiobedingungen wir mittlerweile hier geschaffen haben, um optimale Bedingungen auch für dieses Webinar herzustellen und hier gute Raum und Bedingungen auch vorzufinden. Danke vielmals auch den Kameraden hier im Haus, die sozusagen hinter den Kulissen sitzen. Ja, es ist schon eingeleitet worden, wir alle leben und durchleben eine sehr außergewöhnliche und herausfordernde Zeit und ich denke, für uns alle geht es mittlerweile gleich. Die Form des Webinars ist eine gute, wir können viele auf einen Satz sozusagen erreichen und mit vielen Kontakt aufzunehmen, um Informationen auch weiterzugeben. Was uns aber alle, denke ich, fehlt, ist der Kontakt. Der Kontakt, sich auszutauschen, dass man face-to-face sich auch unterhalten kann. Ja, ich denke, das geht uns alle bereits sehr ab. Mir persönlich schon, wenn der Kontakt so sehr auch abreißt oder abgerissen ist, so freue ich mich ganz besonders, wenn das wieder möglich sein wird. Aber, und das ist für mich persönlich schon auch der Ausblick, auf den ich auch heute noch mal zu sprechen komme, ich bin guter Dinge, dass wir im heurigen Jahr doch wieder einiges hier erreichen werden können. Meine Ausführungen werden vielleicht heuer nicht ganz ein klassisches, ein klassischer Vortrag von mir sein, wie man vielleicht gewohnt ist. Habe so gut wie keine Statistik heuer mit dabei. Ich möchte einfach zwei Punkte beleuchten, weil sie doch in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr und im heurigen Jahr einfach besondere Zeiten sind. Und da möchte ich ein bisschen zurückschauen und auch einige Punkte einfach ansprechen, die oftmals so in der Darstellung und in der Kommunikation sogar nicht möglich waren, das auch sozusagen zu informieren in alle Bereiche. Ich möchte das eine oder andere Thema einfach im Rückblick durchaus auch mal kritischer ansprechen, aber auch zu zeigen, warum sind vielleicht manche Entscheidungen getroffen worden und warum manche nicht. Aber ganz wesentlich ist es sozusagen auch in einem zweiten Teil ganz bewusst einen Ausblick zu machen, wo setzen wir nächste Schritte, wo geht es in die Zukunft und wie schauen die Planungen dazu auch aus. Wir wollen dieses Jahr sozusagen nochmal Revue passieren lassen. Es ist durchaus ein Rückblick auf 2020. Ein Jahr, das letztendlich vieles geändert hat, vieles verändert hat. Ja, vieles auch wahrscheinlich, das uns nachhaltig beeinflussen wird, nachhaltig wahrscheinlich auch verändern wird. Und manches kann man ja durchaus aus Lehren herausziehen, die für die Organisation, aber vermutlich auch für jeden persönlich auch Bedeutung haben. Der Blick nach vorne ist aber das Wichtigste aus meiner Sicht auch. Und genau diesen Blick nach vorne, den sollten wir einmal mehr ganz intensiv uns vornehmen. Insofern, er darf sich gar nicht lang eintrüben lassen durch manche Entwicklungen, die vielleicht derzeit noch viel Unsicherheit mit sich bringen, sondern der klare Blick nach vorne ist es, der uns auch leiten soll. Ja, ein Jahr 2020, das Jahr. Ein Jahr ohne gewohnter Normalität. Wir haben mit vielen Einschränkungen in allen Lebensbereichen Lebensbereichen leben müssen, leben lernen müssen. Und ja, ich denke, jeder von uns persönlich ist betroffen, persönlich durch unterschiedlichste Bereiche in seinem Leben, vielleicht durch die Arbeit, vielleicht auch gesundheitlich, durch andere Einflüsse. Aber jeder selbst hat sicherlich hier durchaus vieles an diesem Jahr mitgenommen. Ja, wir haben viel Verzicht geübt. Wir haben uns aber auch in Geduld und in gewisser Weise auch in Ungeduld natürlich geübt. Wir haben mit neuen Anforderungen zu kämpfen gehabt. Wir haben aber auch neue Herausforderungen gehabt. Neue Aufgaben, neue Einsatzfelder, immer mit Verständnis und Unverständnis, was natürlich das mit sich gebraucht hat, ganz selbstverständlich. Wo uns vor allem dieser persönliche Kontakt aber letztendlich unterbrochen wurde. Genau das war auch in diesem Jahr. Es war aber auch ein Jahr, wo man ganz stark auf manche Punkte gesehen hat, auf die man setzen kann und die durchaus auch trotz der Schwierigkeiten eine hohe Bedeutung auch hatten. Das Bewusstsein, also ganz bewusst Verantwortung für uns ja in der Organisation zu übernehmen, denke ich, ist uns ja immer ein Anliegen. Vielleicht heuer nur mehr etwas bewusster sogar. Bewusstes Verantwortung übernehmen in unserer Organisation, aber auch für unsere Organisation. Es wurde uns allen ein hohes Maß an Disziplin abgefordert, Einhaltung von Maßnahmen. Die Maßnahmenflut möchte ich durchaus auch so ansprechen, war natürlich und ist eine. Aber dahinter stecken einfach wichtige Maßnahmen, um auch gut durch diese Zeit zu kommen. Wir tragen als Einsatzorganisation und jeder von uns in seiner Funktion in der Feuerwehr und als Feuerwehrmitglied als solches schon eine besondere Vorbildfunktion, die wir sonst ja auch ausüben, doch vielleicht auch nochmals im Besonderen. Der Zusammenhalt und das Gemeinsame, gerade dann, wenn es darum gegangen ist, anzupacken, zu unterstützen, ja, es sind viele so Dinge, die im Laufe dieses Jahres immer und immer wieder gefragt worden, ganz stark gefragt worden, dass man zusammenhält und ich habe hier schon ein großes Bündel gesehen an Maßnahmen, die wir immer wieder auch sozusagen zur Umsetzung hatten, aber es ist zusammengeholfen worden, es ist zusammengestanden worden, es ist angepackt worden und es ist gemeinsam Unterstützungsarbeit geleistet worden. Ja, wir haben auch gelernt, so wie auch heute, die zunehmende Digitalisierung, die zunehmende Digitalisierung, ja, in vielen Bereichen, ich sage immer Fluch und Segen, es hat beide Seiten, aber ich denke durchaus einen positiven Hype, den das Ganze mit sich gebracht hat. Es war aber auch ein Jahr für uns, wo wir generell auch Weiterentwicklungen vorangetrieben haben. Das Jahr war nicht eines, das nur vom Stillstand geprägt war, sondern durchaus von einer, ja, schon auch Weiterentwicklungssystematik, denn es gibt auch das Leben nach Corona und es darf uns nicht sozusagen alles eingeschränkt sein. Weiterentwicklung ist auch für uns wichtig, vor allem auch aus den Aspekten, die aus der Krise selbst herauskommen. Und für all das, was jetzt ganz kompakt oder krass zusammengefasst war von mir, möchte ich wirklich einmal am Beginn aufrichtig und ein großes Danke aussprechen. Vieles war nicht einfach nur selbstverständlich, was in diesem Jahr und in der Zeit passiert ist und wahrscheinlich auch, was noch vor uns liegt. Aber ich bedanke mich ganz, ganz besonders bei euch allen für das Mittragen der schwierigen Situation, den Aufgaben, den neuen Herausforderungen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber ein großes Danke möchte ich am Anfang meiner Worte heute hier an euch richten. Ich möchte aber einschließen, ein ganz großes Danke auch der Spitze unseres Landes, von der Spitze unseres Landes, was ich sehr gerne auch mache. Ich darf die Dankesworte auch überbringen unseres Landeshauptmannes Mag. Thomas Stelzer, seiner Stellvertreterin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, aber auch, er hat es mir auch im Besonderen aufgetragen und ich mache es gerne, unser Landesrat Wolfgang Klinger, auch diesen Dank an euch alle weiterzugeben. Das mache ich ganz, ganz gerne, denn ich denke, es ist auch ein Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung eurer Arbeit, eures Engagements in den Feuerwehren, in der Unterstützung und im Mittragen dieser schwierigen Phase der letzten Monate. Von meiner Seite auch ein besonderes Danke auch an unsere Bezirkskommandanten, an unsere Abschiedskommandanten, die natürlich auch eine besondere Aufgabe und Rolle in dieser Zeit haben. Und ja, hier war vieles notwendig in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam zu organisieren, gemeinsam mit euch allen. Aber sie sind hier ganz entscheidende Bindeglieder auch für uns darin und Ihnen möchte ich auch an dieser Stelle ein herzliches Danke aussprechen. Ja, und damit möchte ich so sagen, einsteigen in das Thema Rückblick. Ja, und Rückblick, die Statistik als solches habe ich heuer gar nicht so sehr mit. Wir haben am 18. Februar die Jahrespressekonferenz gemeinsam mit dem Landeshauptmann und dem Landesrat, wo wir auch Statistiken präsentieren werden. Daher möchte ich das gar nicht so sehr in den Fokus nehmen. Ich meine, generell war es neben Corona ein durchaus ruhiges Einsatzjahr. Aber es war natürlich in vielen Bereichen absolut gebremst, wenn man sich die erste Zeit der Corona-Krise anschaut, wo ja vieles stillgestanden hat. Ja, auch im Bereich der Gewerbeindustrie, Handel, alle Bereiche waren geschlossen. Und so hat sich auch das Einsatzgeschehen verändert. Ja, unsere Lage damals und heute. Und ich finde trotzdem immer sehr imposant, die Entwicklungskurve sich anzuschauen, wo wir begonnen haben im März dieses Jahres. Und wo wir uns derzeit befinden und wo wir uns schon befunden haben. Und wenn man so sagen, diese zwei Hügel, diese zwei Entwicklungshügel, so nennen ich es für mich einmal, wenn man sich die so anschaut, dann sprechen sie auch, was die Situation betrifft, eine ganz klare Rolle. Und als solches müssen wir natürlich auch derzeit mit dieser Lage noch so leben. Aber der Blick zurück war am 13. März 2020, es war sogar ein Freitag, könnte man sagen, ein Unglüxtag. Aber das war der erste Tag, wo ich in den Landeskrisenstab eingeladen wurde und wo auch offiziell die Frage an uns gerichtet wurde, ob die Feuerwehr die Maßnahmen, die zu setzen sind, zu unterstützen, einige Aufgabenbereiche zu übernehmen. Noch gar nicht so sehr wissend, was alles auf uns zukommen wird. So waren es manche Dinge, die wir zusagen konnten und manche Dinge, die wir aber gesagt haben, die können wir nicht zusagen. Und ein paar sind hier exemplarisch angeführt. Wir haben damals auch sehr zeitnah gemeinsam mit meinem Stellvertreter, Michael Hüttler, zum Telefonhörer gegriffen und haben einmal alle Bezirkskommandanten durchgerufen, sie über die Lage informiert und haben dann damals von allen die Zustimmung bekommen, ja wir unterstützen und wir nehmen die Aufgaben wahr. Da waren es vor allem diese Themen rund um die Vortriagen, weil dort große Sorgen bestanden haben, was die Krankenhäuser als solches betrifft. Ja und aus dem heraus, denke ich mir, ist es einfach auch wichtig, vom Argument her, wir sind die größte Einsatzorganisation in diesem Lande, wir haben hier Verantwortung übernommen und ich denke, die Mitwirkung in der Bewältigung war eine Selbstverständlichkeit. Wir können uns als große, ja die größte Organisation nicht herausnehmen. Ich weiß, dass es natürlich eine Pandemielage ist, eine Pandemielage, die keine klassische nach dem Gesetze nach Aufgabe der Feuerwehr ist, aber ich denke, es ist einfach das Gebot der Stunde damals schon gewesen und ich sehe es auch heute noch zusammen zu helfen, um zu schauen, unser Land gemeinsam durch diese schwierige Phase und schwierige Zeit zu bringen. Aber ganz klar war es, dass der Fokus in der Aufrechterhaltung unserer eigenen Einsatzbereitschaft gilt. Wir müssen ausrücken können zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir müssen sicherstellen können, dass wir in den Einsatz gehen können und Einsätze hat es gegeben. Vor allem in den ersten Wochen auch waren durchaus schwere Einsätze dabei, herausfordernde Einsätze dabei. Weil gerade, denke ich, einige durchaus herausfordernde Brände waren zu dieser Zeit zu verzeichnen. Also die Herausforderungen sind damit auch natürlich für uns gewachsen. Herausforderungen im Einsatzgeschehen, aber auch neue Formen der Organisationen sind aufgestellt worden, bei den Einsatzmannschaften zu schauen, wie können wir die Kontakte auch da so minimieren, dass es keine Ansteckungen gibt und 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 Hygienemaßnahmen im Einsatzdienst und vieles andere mehr. Und hier waren wirklich auch vor allem die Führungskräfte in den Feuerwehren sehr, sehr umsichtig und auch sehr, sehr umsichtig, wie man mit dem ganzen Thema umgeht in der Feuerwehr, um hier gut durch diese Zeit zu kommen. Und ja, ich denke, wir haben es geschafft, weitgehend ohne Ausfälle der Feuerwehren oder einer einzelnen Feuerwehr hier durch diese Zeit zu kommen. Das ist schon bemerkenswert bei der Gesamtdimension. Und nun mal, unsere Organisation ist ein, wie man schon so sagt, ein Abklatsch der Gesellschaft. Und damit haben wir natürlich alle Menschen in unserer Organisation. Und damit ist es uns aber doch gut gelungen, mit den getroffenen Maßnahmen gut hier durch diese Zeit und diese Herausforderung zu kommen. Ja, was waren so diese Aufgaben ganz zu Beginn? Die Vortriage Personentransporte haben wir mal gemacht für das Bundesheer, Lotsendienste, Stabsarbeit, Landesführungsstab, Bezirksstäbe sind eingerichtet worden, der Transport, die Logistik, die Mitwirkung dann bei den Massentestungen. Also summa summarum waren das natürlich viele Aufgaben, einmal mehr, einmal weniger. Über den Sommer hat es sich ein bisschen abgeschwächt. Da waren dann so Lotsendienste mehr. Aber naja, es ist der Herbst gekommen und der Herbst hat dann durchaus, wenn man sich die Kurve in Erinnerung rufen, ja, da hat es dann gleich einmal noch nicht ganz, ganz anders ausgeschaut, wie man mit der Situation umgehen muss. Und die Einschränkungen haben uns damit gleich wieder eigentlich voll erwischt. Und die Massentestungen waren dann auch ein Thema, da ein paar, ja, Impressionen sozusagen, wie hat das sich in den verschiedenen Bereichen im Laufe der Zeit eben ausgeschaut, ob das die Vortriage waren im Krankenhaus, ob es die Stabsarbeit war, ob es die Unterstützung bei den Massentestungen waren, ganz stark in der Zusammenarbeit, auch mit dem Rettungsdienst, allen voran mit dem Rotten Kreuz, mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, aber auch die Logistik, die ganz, ganz stark bei uns war. Ja, und dann sind die Massentestungen im Dezember auch gekommen. Und da möchte ich die eine oder andere Anmerkung dazu auch machen. Entscheidungen, die bei den Massentestungen getroffen wurden, sind immer kurzfristig. Kurzfristig und das erleben wir auch heute, wenn man sich versucht, hier so bestmöglich durch diese Zeit zu bewegen. Und ich darf auch beim Land, im Krisenstopp, bei den permanenten Videobesprechungen auch mit dem Punkt dabei sein. Und es ist natürlich nicht einfach, ja, bei den Entwicklungen und immer wieder neue Entwicklungen. Jetzt haben wir Mutationen, dann gibt es immer wieder andere Einflüsse, die leider oftmals Entscheidungen von einem Tag, ja, teilweise haben wir es erlebt, von einer Stunde auf die andere wieder verändert haben. Und das macht es natürlich auch für uns nicht einfacher und hat natürlich da und dort durchaus auch Unzufriedenheit ausgelöst, was ich verstehe, absolut verstehe. Aber es ist teilweise schwierig, wenn mir eine Entscheidung gefehlt hat. Okay, wir machen das jetzt vor der letzten Massentestung, die zwar dann nicht mehr stattgefunden hat. Man schickt eine E-Mail an die Bezirkskommandanten, informiert sich darüber und am Abend ändert sich die Situation bereits wieder. Also durchaus auch Herausforderung. Abwicklungen, die natürlich geregelt und kommuniziert wurden, gerade bei den Massentestungen. Wir haben dort im Krisenstopp, und da war vor allem mit dem Gemeindebund, mit dem Städtebund die Regelwerke abgesprochen. Wie gehen wir mit der Situation um? Wie wickeln wir organisatorisch das Ganze ab? Wir sind für die Behörde tätig und für uns, Behörde heißt auch Gemeinde oder auch Magistrat, Bezirksverwaltungsbehörde, aber in erster Linie Gemeinde. Und dort ist ja die Feuerwehr direkt angedockt, klarerweise, auch von der Grundlage her. Und daher haben wir gesagt, wir wollen das ganz eng hier abstimmen und hier eine gemeinsame Vorgehensweise auch machen. Ja, es hat dann leider Gottes ein paar unterschiedliche Auslegungen gegeben, im Nachgang auch, was die Abwicklung betrifft, die Finanzdirektion, die dann einmal etwas herausgegeben hat, weil die Finanzdirektion natürlich zu Recht sagt, naja, wir müssen natürlich, wann wir dann da Gelder ausbezahlen, muss das schon korrekt abgewickelt werden. Das heißt, das braucht dann dort nochmal ein anderes Formular. Ja, die BH hat dann nochmal da und dort so etwas Unterschiedliches hinausgegeben und es hat dann auch die eine oder andere Gemeinde gegeben. Aber da sind so Dinge aufgetaucht, wie eine Gemeinde hat zur Feuerwehr gesagt, nein, sie dürfen die Stunden so nicht abrechnen, weil das muss mit dem Roten Kreuz gleich sein, das dürfen nicht mehr Stunden sein. Das war grundfalsch. Ich weiß nicht, von wo so eine Aussage herkommt, weil sie war schlicht und ergreifend grundfalsch, weil ja wir Aufgaben in der Vorbereitung und in der Nachbereitung haben, alleine schon durch die Logistik. Und so hat es leider Gottes einige Fehlinformationen gegeben, aber wir haben dann versucht, gerade auch da, wo die Bezirkskommandanten ganz stark sich engagiert haben, dass wir das wieder dann ins Lot gebracht haben. Die Diskussion rund um 10 Euro, eine Unglückliche, sage ich ganz offen, die ist aber von Beginn weg sozusagen irgendwann dann einmal öffentlich worden und sie ist natürlich, oder hat ihren Ursprung in Wien, wo man eben versucht hat, Freiwillige zu gewinnen, damit man diese Massentestungen abwickeln konnte. Nur ein Freiwilliger, das ist mein persönlicher Ansatz dazu, ein Freiwilliger in Wien, wo es eine Berufsfeuerwehr gibt, eine Berufsrettung gibt, wo die Strukturen ganz andere sind, ist anders zu sehen, ist wie ein Freiwilliger im Lande sozusagen. Und wir erleben in Österreich einfach 98% Anteil freiwilliger Feuerwehr und eben nicht Berufsfeuerwehr oder Ähnliches. Das heißt, da hat es wahrscheinlich auch ein bisschen Auffassungsunterschiede gegeben. Es war dann ausgesprochen und damit war es leider Gottes so 10 Euro versus 20 Euro. Aber eins ist mir besonders wichtig, weil es hat da und dort natürlich dann Diskussionen auch darüber gegeben, ist der Feuerwehrmann 10 Euro wert und ist das medizinische Personal 20 Euro wert? Im Besonderen wurde dann auch das Rote Kreuz angesprochen. Ich denke, es ist eine Diskussion, die so nicht passt und die wir auch so, glaube ich, nicht führen sollten, sondern für uns steht auch mit dem Rettungsdienst eine enge Zusammenarbeit und wir sollten uns da nicht sozusagen über diesen Weg irgendwo vielleicht auseinander dividieren. Ich glaube, das ist es nicht wert, aber wir müssen es so akzeptieren. Und das gilt auch bei der einheitlichen Abwicklung. Es waren die 10 Euro, die werden entsprechend ersetzt. Und auch da gilt einfach, das ist der vereinbarte Grundsatz und als solches gilt sie abzurechnen. Und ich weiß es, es gibt dann Einzelne, die dann gesagt haben, ja, wir haben eine Triefordnung und da stehen 24 drinnen. Ich weiß es, ja, aber vereinbart waren 10 und es gibt eine einheitliche Abwicklung in ganz Österreich, die überall gleich war, mit einigen Ausnahmen, weil Bundesländer auch durchaus wesentlich höhere Sätze dann verwendet haben. Dort gibt es aber jetzt möglicherweise so ein steuerrechtlich auch noch ein Problem. Aber das ist nicht unser Thema. Ich weiß es, es war nicht unbedingt optimal, aber ich denke, wichtig ist, dass wir das akzeptieren. Es ist so ausgesprochen worden und die 10 Euro werden hier mit uns gegengerechnet. Ja, unsere Aufgaben speziell da waren und da auch noch exemplarisch die Logistik im Vorfeld, das Parkplatzmanagement zu schauen, dass das funktioniert, der Lotsendienst dazu abgestellt, Betreuung im Personenleitsystem, administrative Tätigkeiten, überregionale Unterstützung und vor allem auch Nachschub summa summarum einfach etwas rund um das ganze Logistik-Thema. Zu den Massentestungen und ich finde die Zahlen sehr beeindruckend. Wir schauen zurück auf eine Massentestung im Dezember und wie wir dann auch die Statistik für den Bericht, für den Landeshauptmann und auch für die Regierungsspitze in Oberösterreich und den Krisenstopp vorbereitet haben, durchaus sehr, sehr beeindruckend gewesen in der Gesamtdimension aller, die hier eingesetzt waren, in der Vorbereitung am Testwochenende oder an den Testtagen, die hier tätig waren. Und ja, diese Zahlen können sich sehen lassen und das war großartig, wie hier die Feuerwehr in Oberösterreich diese Testungen unterstützt hat und nur mal auch dafür ein großes Danke für diese perfekte Arbeit, die hier geleistet wurde. Da vielleicht eine Darstellung, die bei uns einmal gemacht worden ist, wo sind überall Bewegungen gemacht worden, in welche Bereiche sind überall Transporte passiert, wo sind welche Sachen hingekommen, wie war die Verteilsysteme, das geht ja in dem Fall nur auf die Bezirksumschlagplätze und hier ist sehr, sehr viel natürlich durch das flächendeckende Feuerwehrnetzwerk passiert und genau das, denke ich, ist auch die Stärke und das führt mich auch zu dieser Folie. Der Logistikeinsatz war natürlich eine Herausforderung und es hat auch seine Schwierigkeiten gegeben, vor allem beim letzten Mal natürlich, weil die Testungen dann abgesagt wurden, viel Material schon in den Bezirken verlagert wurde und jetzt sozusagen die Umschichtungen haben stattfinden müssen. Da ist es natürlich eine besondere Herausforderung. Manche haben es schon erledigen können, ist es abgewickelt worden und abgeschlossen, bei manchen braucht es noch den notwendigen, den Schluss, den Schlusssatz dazu. Aber es hat sehr, sehr gut funktioniert und auch da, und das habe ich erst gestern bei der Besprechung im Krisenstab auch wieder mitgenommen, auch jetzt, trotz dieser erschwerten Bedingungen, funktioniert das Zusammenspiel mit der Feuerwehr hervorragend. Man kann sich darauf verlassen und genau das hat uns durchaus auch sehr, sehr viel Positives auch mitgebracht für die Organisation. Das war doch etwas, weil wir uns um Dinge angenommen haben, die natürlich jetzt nicht klassisch wiederum unsere Aufgaben sind, aber wir haben uns damit, sozusagen wir haben uns befasst damit, wir haben Lösungen präsentiert und diese Lösungen haben vielseitige Aspekte. Wir haben schon zu Beginn der Pandemie diesen S4 von der Behörde unterstützt mit der Planungszelle, wo wir Kräfte vom Haus dort eingesetzt haben, wo Programmierarbeiten passiert sind, Planungsarbeiten und, und, und. Bis heute, dass wir einfach auch elektronische Plattformen entwickelt haben, Teams, damit man dort gute Abwicklungen hat und auf der anderen Seite eben unsere Strukturen, die uns helfen, immer auch in die Fläche gut das Material zu transportieren. Und genau das, denke ich, sind auch unsere Argumente, unsere Stärken, dass wir ein flächendeckendes Netz von Feuerwehr haben. Das ist ja das Besondere auch, damit können wir mit der Nähe zu den Bürgern rasch vor Ort sein. Wir haben die technischen Ausstattungen und da sind wir auch ja gerade mit der Entwicklung in der Logistikebene aus meiner Sicht auf der richtigen Linie, uns hier auch weiter aufzustellen. Man hat gesehen, genau das ist auch etwas, was uns insgesamt in Oberösterreich in dieser Form auch gefehlt hat. Hier haben wir doch einige Lücken füllen können, wenn so ein rasches Zurverfügungstellen von Materialien war. Und doch, die Personalaufwände im Logistikbereich sind, ich darf das so sagen, keine so großen Personalaufwände, wie wir es vielleicht von anderen Großereignissen gewohnt waren, aber es war durchaus auch ein anspruchsvoller, der da notwendig war. In dem Zusammenhang möchte ich auch ein Thema ansprechen, was mir wichtig ist, und zwar hauptamtlich versus Ehrenamtlich. Ich bin natürlich auch immer wieder mal angesprochen worden, ja, das sind die hauptamtlichen Touren, die wären jetzt halt dafür, wie man so lapidar oft natürlich dahin sagt, ja, das ist richtig. Und mir ist es aber wichtig, jetzt in ein paar Punkten schon auch dazustellen, dass wir sehr wohl und in sehr vielen Bereichen und sehr viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier aus dem Landesfreiwilligkommando Hand angelegt haben und wahrscheinlich das nach außen hin nie sichtbar geworden ist. Und daher möchte ich es durchaus auch heute hier in dem Kreis einmal schon auch erwähnen, dass hier vieles vom Haus geleistet worden ist, um auch die freiwilligen Strukturen zu entlasten. Und das war das durchaus auch immer wieder getragen von dem, dass wir Unterstützung von der freiwilligen Seite, aber auch von der hauptamtlichen Seite hatten. Ja, und wir haben gerade im Bereich der Logistik ganz viel Arbeiten ja übernommen. Im Zentrallager, wo die zentrale Auslieferung war durch die Spedition, wo die ja immer noch stattfindet, dort hat uns die örtliche Feuerwehr immer organisiert, gemeinsam mit den Bezirkskommandanten, Abschiedskommandanten, dass das Zentrallager bespielt wird und wo eben auch verschiedene andere Sachen organisiert worden sind, wie zum Beispiel diese Maskentransporte an Schulen etc. Im LfK betreiben wir seit Beginn eigentlich ein sogenanntes Akutlager. Das betreiben wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche, nennt sich in der Kurzbezeichnung Sokakut. Und dahinter steht, dass immer abrufbereit eine Mannschaft steht, die sofort einschreitet, wann wo Schutzmaterialien ausgegangen sind. Gerade in der ersten Phase war das ganz wesentlich oder auch in den Herbst hinein in beispielsweise Betreuungseinrichtungen, in sozialen Betreuungseinrichtungen oder, oder, oder. Also dort einzuschreiten und das war genauso am Samstag oder am Sonntag oder auch spätobens, dass dort Hand angelegt wurde. Speziell diese zweite Covid-Phase, die am Herbst dann begonnen hat, haben wir eine Vielzahl an Aufgaben dann insgesamt an uns gezogen. Beispielsweise die Zentrallagerunterstützung, wir werden nachher ein paar Zahlen dazu auch präsentieren, viele Transporte in ganz Oberösterreich, die von uns abgewickelt wurden und weiterhin dieses Sokakutlager 24-7. Und seit Beginn die permanente Mitwirkung im Krisenstab und natürlich auch in der Planungszelle S4-Behörde, der eine ganz wesentliche Funktion letztendlich hat in der Organisation von Schutzmaterialien. Und da ist schon auch von unseren Kräften vom Haus in diesen Zeiten immer wieder auch, und ich betrachte jetzt nur einen Teil und das ist dieses sogenannte Zentrallager, wo wir hauptberufliche Mitarbeiter abgestellt haben, permanent dazu Zivildienstleistende, wo durchaus schon auch, wenn man die Personentage sich anschaut, sich einiges angehäuft hat. Und wir hier über viele Wochen her jetzt eigentlich immer wieder permanent Leute dort auch abgestellt haben. Ja, von der ersten Massentestung das Thema Sokakut, wo wir im Bereich oder in dieser Phase dieser ersten Massentestung insgesamt auch sechs hauptberufliche Kräfte im Hintergrund immer aktiv halten. Gerade das Handschuhthema war ja beispielsweise eins, sodass wir das rasch und abwickeln können. Und auch da dahinter haben wir uns entsprechend eingebracht. Und ja, die zweite Massentestung, auch da wurde vieles in der Vorarbeit geleistet. Mir war das wichtig, auch heute einmal zu erwähnen, weil es immer wieder einmal auch natürlich die, ja, wo ich darauf angesprochen worden bin, ja, was machen denn eigentlich eigentlich die Hauptamtlichen? Die sollen ja auch was tun in dieser Richtung. Ja, wir tun. Wir tun wahrscheinlich viel mehr, als was nach außen sichtbar ist, aber wir berichten da nicht jede Woche über dieses Thema. Und ich denke, das sollte auch keine Konkurrenzdenken oder irgendwas entstehen oder eine falsche Denke da entstehen. Aber auch da gilt für mich persönlich, auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landesfeuerwehrkommando, wirklich Danke zu sagen, weil es hat keiner drauf geschaut, wie viel Uhr ist und wie lange arbeitet man schon. Und jeder, der im Job steht, weiß, es gibt Arbeitszeitgesetze, es gibt Richtlinien, nach denen wir auch als Arbeitgeber uns richten müssen. Aber das war kein Thema. Jeder hat anpackt, jeder hat mitgeholfen und hat da wirklich auch seinen Beitrag geleistet. Und was man nicht ganz außer Acht lassen sollte, der Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch Kameradinnen und Kameraden, erfüllen verschiedene Aufgaben in den Feuerwehren von Kommandanten bis zum Stellvertreter, andere Kommandofunktionen, aber auch Bezirkskommandanten, Abschnittskommandanten. Und sie sind Feuerwehrmitglieder genauso in ihren freiwilligen Feuerwehren draußen und leisten auch dort noch zusätzlich ihren Dienst. Und ich denke, das macht es auch aus, dass das Engagement sowohl in einer hauptamtlichen, aber auch in der freiwilligen so hoch ist. Bitte, das war mir wichtig, einfach auch einmal zu beleuchten, dass hier auch von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern sehr wohl Hand angelegt wird in verschiedenen Bereichen. Und wie gesagt, das ist nur ein Teil, der da genannt ist. Es sind noch viele andere Teile, die da mitwirken. So im Hintergrund würde aber jetzt sicherlich einmal den Raum entsprengen. Aber selbst wenn ich da jetzt bei mir in den Raum schaue und ich schaue jetzt zu Markus Vogelhofer hin, der da wesentlich in der Organisation mitgewirkt hat, der Gottfried, im Stab und der Stabsorganisation, die IT, die wir brauchen, damit unsere Systeme funktionieren. Also da läuft auch im Hintergrund sehr, sehr vieles ab, was wahrscheinlich etwas im Hintergrund nur stattfindet. Ja, da gehe ich jetzt rüber und Initiativen und Anpassungen, so auch eines der Themen gewesen in dieser Zeit. Ich möchte besonders, da gäbe es auch mehrere, aber ich habe mir versucht, einfach ein paar herauszupicken aus dem Ganzen, was besonders für mich auch bedeutend war. Vor allem die Initiativen rund um unsere Jugend, gerade in der ersten Phase, kreative Ideen, die da entstanden sind. Ich habe es da so unter Beschäftigungsprogramme einmal hingeschrieben. Aber ich denke, es war auch vieles andere, was da einfach an Ideen entstanden ist, wie wir unsere VW-Jugend nicht nur bei Laune halten, sondern auch, dass man diesen Kontakt nicht abreißen lässt zu ihnen und dass da Kontakt hergestellt ist. Und auch zu schauen, dass auch da die Jugend nicht ganz zu kurz kommt. Der Versuch, die Wissenstest-App rasch zu entwickeln, ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen, einen Prüfungsmodus zu machen, damit man zumindest in der Zeit, wo dann der Lockdown gelockert war, wo es möglich war, auch einen Wissenstest abzuwickeln. Ich denke, auch das war wichtig, dass man da gewisse Normalität dazwischen auch einmal für die Jugend bereitstellen hat können. Ein zweiter Aspekt, den ich da in diesem Zusammenhang einfach erwähnen möchte, auch das sind Dinge, die durchaus bedeutend sind. Wir wissen alle, dass unser Feuerwehrsystem nach Gesetzen letztendlich geregelt ist. Nicht immer zu allem Verständnis, aber es hilft uns einfach viel, viel mehr, wenn wir eine gesetzliche Grundlage haben. Aber es schafft natürlich auch unter so einer speziellen Bedingung dann durchaus seine Herausforderungen. Und so war es auch wichtig, dass beispielsweise unsere Juristin Marisa Figaler dann draufgeschaut hat, welche Bereiche müssen wir möglicherweise machen in enger Abstimmung mit Markus Vogelhuber. Vollversammlungen, die plötzlich nicht mehr durchgeführt werden können, aber gesetzlich verpflichtet sind. Voraussetzungen für den Kommandanten, der aber seine Lehrgänge jetzt nicht erfüllen kann. Und eigentlich müsste jetzt der Wahl stattfinden, weil er diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Wie kommen wir zu Beschlüssen, wenn wir nicht zusammenkommen dürfen? Ein Umlaufbeschluss steht nirgends im Gesetz geschrieben, dass ich den tun darf. Der ist rechtlich nicht zulässig. Oder eben auch, darf man für eine Kommandositzung, eine Videokonferenz nutzen? Darf man das tun, wenn ich da drinnen dann vielleicht sogar Abstimmungen mache? All das sind rechtliche Fragen, die nur da ein Auszug, sozusagen eine Punktation. Aber da sind viele Bereiche, die einfach notwendig waren anzuschauen. Da haben wir Regelwerke, wir haben Änderungen im Feuerwehrgesetz dadurch durch den Landtag beschlossen lassen können. Und da wird auch der Markus in seinem Vortrag nur ein paar die eine oder andere Information geben, speziell wenn es in Richtung der Vollversammlungen geht. Weiterentwicklungen haben sich auch fortgesetzt. Ich habe es am Beginn schon gesagt, wir haben auch versucht in vielen Bereichen zu schauen, dass wir die Weiterentwicklung voranführen. Da auch ein Bereich oder einen Bereich exemplarisch herausgenommen. Die Weiterentwicklung im Stützpunktsystem, das Logistikkonzept, Einsatzführungsunterstützung, die digitale Einsatzführungsunterstützung ist ein Thema. Die Drohnen waren schon ein Thema. Wir haben den ganzen Bereich der Ölwehr speziell bearbeitet. Der Stromerzeuger, die Stromerzeuger selbst sind derzeit in Auslieferung schon. Das ist in Umsetzung. Auch ein neues Konzept für die Tunnelstützpunkte ist erstellt worden. All das läuft ja bei meinem Stellvertreter, bei Michael Hutterer zusammen. Da ist ganz, ganz viel auch in dieser Zeit passiert, um sozusagen nicht das Jahr eines Stillstandes zu haben, sondern durchaus dann im halben Jahr entsprechend auch da weitere Schritte widersetzen zu können. Also es hat sich schon auch da einiges bewegt. Ja, und ein Thema, das habe ich auch nochmal mitgenommen, weil es mir wichtig ist. Und die Truppführerausbildung. Wir haben in einem Webinar ganz ausführlich darüber schon berichtet, was steckt dahinter, was waren die Beweggründe, was sind auch Motivatoren gewesen, dass wir das überhaupt gemacht haben, was liegt für eine Grundlage dahinter, die Umsetzung und vieles andere mehr. Ich denke, das Webinar gibt es auch zum Nachsehen und Nachhören. Auf das möchte ich gar nicht mehr drauf eingehen. Aber ich möchte einfach nur mal wirklich darauf bewusst hinweisen. Es gibt natürlich auch, ja, von denen, von vielen, wo wir positive Rückmeldungen dazu bekommen haben, gibt es natürlich auch die kritischen Stimmen, das ist selbstverständlich. Ich möchte aber einfach nur einladen dazu, dass man durchaus bewusst drauf schaut, einmal wirklich welche Chancen und welche Möglichkeiten da dahinter stehen, bevor man sozusagen gleich in die ablehnende Haltung geht. Wirklich bewusst dahinter schauen, weil da sind viele Möglichkeiten drinnen, die es sich lohnen, wirklich auch lohnen, ganz bewusst einmal draufzuschauen. Und ich denke, es ist für uns das Ausbildungsthema insgesamt ein Wesentliches, denn nur eine gut ausgebildete Mannschaft ist ja doch die wesentliche Basis für euch Kommandanten. Und sie in den Einsatz geht es und ihr wisst, eure Mannschaft ist gut drauf, gut ausgebildet und die Herausforderungen an der Einsatzstelle, die werden nicht einfacher. Und ich denke, da ist Ausbildung neben der Motivation und neben einer guten Mannschaft natürlich ein wesentliches Element. Es sind immer wieder auch Forderungen aufgetaucht und das möchte ich da nochmal ansprechen, weil das hängt natürlich in engem Zusammenspiel, weil man sagt, ja, warum darf ich denn jetzt erst nach der Druckführerausbildung, nach der Übergangszeit erst in die Fiberschule? Naja, es hat schon auch eine Bedeutung, weil sich Wissen anzueignen, sich sozusagen mal fit zu machen, ist die eine Geschichte. Aber es braucht auch und soll auch eine Zeit geben, wo das Erlernte gefestigt werden kann und wo auch das Gelernte wirklich angewendet wird. Und sozusagen nicht nur den theoretischen Teil, ich mache schnell meinen Kurs, wenn ich meinen Kurs fertig habe, den Kreuzertest, das mache ich auch nur schnell und dann gehe ich gleich in die Fiberschule und mache auch und, und, und. Und das ist, glaube ich, auch nicht in Ordnung. Das macht man im beruflichen Umfeld, das denke man nicht viel anders. Man festigt sich ja auch das Wissen und wendet das einmal an. Und auch das ist einer dieser Punkte. Aber auch ein anderer ist es, wir müssen auch innerhalb der Fiberschule und unserem Bildungssystem Veränderungen vornehmen, weil es auch natürlich Forderungen gibt, dass es zu Veränderungen kommen muss. Zum Ankommen Forderungen aus euren Reihen. Es braucht da und dort mehr Lehrgänge. Wir müssen das Angebot erweitern. Gerade in der Führungskräfteausbildung braucht es neue Modelle. Speziallehrgänge im Sinne Technik, Technologien etc. So einen Platz haben und vieles andere mehr. Das schaffen wir aber nicht, wenn wir sozusagen nur an kleinen Schrauben da drinnen drehen. Da brauchen wir größere. Und so an einer Schraube gedreht, ändert trotzdem das gesamte Getriebe der Ausbildung. Ja, Anpassung von Lehrgängen, das findet bereits statt. Hier wird bereits in der Feuerwehrschule an einigen Punkten, zum Beispiel Gruppenkommandantenlehrgang oder Zugskommandantenlehrgang, wird an Veränderungen gearbeitet. Und das sind einfach Führungslehrgänge. Sie heißen auch auf Bundesebene Führen 1 und Führen 2. Und da drinnen ist der Gruppenkommandant und der Zugskommandant. Und auf das wird es auch hinausgehen, dass es schwerpunktmäßig wirklich auch dieser Führungslehrgang als solches ist. Und der ist, denke ich mir, entscheidend. Der ist auch wichtig, Führungskräfte auszubilden. Wir haben auch natürlich ein Problem da dabei. Manches können wir vom Angebot noch gar nicht so umsetzen. Zum einen hat man eine gewisse Ressource, die man nutzen kann. Und der zweite Bereich ist es, jeder, der die Feuerwehrschule und unser Areal kennt, weiß, dass wir derzeit eingezäunt das haben. Wir haben aber keine Entwicklungsmöglichkeiten derzeit, beispielsweise oder nur sehr eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten. Speziell, wenn ich an ein glasbefeuertes Brandübungshaus oder anderen Übungseinrichtungen denke, hier haben wir eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, ja, da vielleicht noch etwas am Gelände zu tun. Ziel ist es. Ja, und von dem möchte ich jetzt zu einem ableiten, zu einem Thema, was mich gerade in den letzten Tagen schon auch sehr beschäftigt hat und ein bisschen noch weiter zurückblickend, aber gerade mit der Druckführerausbildung auch so eines dieser auslösenden Punkte war. Ich bin mit Worten konfrontiert worden, wo man dann geschrieben hat, wir wölzen alles nur mehr auf die Freiwilligen ab, wir zentralisieren alles, das ist unser großes Ziel, wir schwächen die kleinen Feuerwehren und das LfK ist eine Beamtenburg. Und ich sage ganz offen und ehrlich, nein. Und ich lasse es so im Raum nicht stehen und das war mir jetzt einfach nur wichtig und auch das in diesem großen Rahmen, den wir heute haben, möchte ich das aussprechen. Weil ich nicht verstehe, wie man überhaupt auf solche Sachen kommt. Wer mich oder meine Aussagen kennt, beziehungsweise wer auch die Aussagen von meinem Stellvertreter kennt, die der Bezirkskommandanten kennt und auch der der Abschnittskommandanten wird von diesem wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben. Es geht sogar ganz in die andere Richtung. Und es ist wesentlich, dass wir unsere Strukturen stärken, aber da müssen wir alle zusammenhelfen. Und sozusagen für uns gilt es wirklich auch, den Fokus auf das zu haben in der Zukunft, mit den Herausforderungen umzugehen. Nur, es ist für uns heute natürlich schon eine Besonderheit, weil wir müssen darauf achten, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die für eine Feuerwehr mit einem Kleinlöschfahrzeug genauso gilt, als wird für die größte freiwillige Feuerwehr in Österreich die Feuerwehr Welt. Und in dieser Bandbreite müssen wir uns bewegen und müssen Rahmenbedingungen auch schaffen. Und das ist durchaus immer auch natürlich eine Grabwanderung, was ist dran, wen, zumutbar. Aber wir schauen hier bewusst drauf. Und es geht hier nicht, dass wir ein Abwälzen auf Freiwillige machen und dass wir sozusagen hier ein Ziel verfolgen, dass wir zentralisieren wollen, zusammenlegen wollen oder solche Dinge. Also da verwehre ich mich wirklich entschieden gegen diese Aussagen. Und das sage ich da ganz offen an euch alle. Und ich habe das auch sehr intensiv bei uns im Haus besprochen, gemeinsam auch mit meinem Städtverdreter Michael Hutter, aber auch mit dem Landesfeuerwehrinspektor, haben wir das Thema auch besprochen. Ja, es ist schon so, dass man heute oftmals natürlich hört, ich nehme den letzten Satz nochmal, LFK als Beamtenburg. Ich meine, es mag schon sein, dass es alles, was in Linz ist und alles, was ähnlich wie eine Behörde ausschaut, dass alles da dahinter Beamte sind. Ich habe es zuerst so gesagt, wir haben viele Kameradinnen und Kameraden, die alle mit zwei Füßen im Feuerwehrleben stehen. Und all die, die da Hand anlegen bei den Regelwerken oder die sich in der Ausbildung engagieren oder in anderen Bereichen im Haus engagieren, nehmen ihr Wissen mit einer und nehmen das aber so mit, dass man auch immer bewusst hat, aha, man hat auch eine prüfende Situation damit. Gleich einmal, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und ganz entscheidend für uns sind letztendlich unsere Bezirkskommandanten, unsere Abschiedskommandanten, mit denen wir ja in engem Kontakt stehen, uns ja austauschen. Diese Dinge passieren ja nicht, dass man sagt, ja, der Landeskommandant bützt sich das nur ein. Wir haben viele Dialoge, die wir gemeinsam führen. Wir haben gemeinsame Zielvereinbarungen, die wir machen. Wir haben neue Formate, wie wir miteinander kommunizieren wollen, auch in dieser schwierigen Zeit. Vor allem auch jetzt das Format der Besprechungen auf Viertelebene, wo Bezirkskommandanten, Abschiedskommandanten im kleineren Kreis dabei sind, wo der Dialog viel besser möglich ist. Das ist für uns wichtig, auch für die Zukunft, weil wir genau das nicht wollen, was da oben steht. Daher verstehe ich es nicht ganz, warum man auch das immer wieder auch anspricht. Denn gerade, ich habe es zuerst ja erwähnt, in der Fläche haben wir unsere Stärke und Schwächen werden dann kompensiert, weil wir auch grenztrukturiert sind. Weil wir Gott sei Dank Feuerwehren haben, quer über das Land verteilt. Wann wir große Lasten zu tragen haben, kommen auch jene Feuerwehren, die vielleicht personalstärker sind und unterstützen das. Und wir haben schon viele Fälle gehabt in der Vergangenheit, wo wir das sehr, sehr deutlich auch bewiesen haben. Vor allem ihr habt es bewiesen. Also das ist mir auch wichtig und zu dem Thema Praxis und Praxisbezug und auch ich, darf man das wirklich auch so, ich sage es jetzt fast herausnehmen, aber auch mit meinem Stellvertreter, wir beide. Ja, weil man natürlich immer sagt, wir sind in Linz. Linz, das ist dann so ein bisschen schon abgehoben und immer von oben herab. Das ist es nicht. Ich denke, mein Kommandant wird jetzt diesem Webinar auch beiwohnen und er wird hoffentlich mir beipflichten. Ich bin ein regelmäßiger Übungsgeher, so wie mein Stellvertreter. Wir beide fahren Einsätze mit. Ja, ob Atemschutz oder sonstige Ausbildungen, wir haben sie und wir machen sie und wir tun sie. Und das möchte ich schon bewusst sagen, dass wir nicht nur Feuerwehrtheoretiker sind, sondern sehr wohl wissen, dass wir den Kontakt zur Basis nicht verloren haben. Das wäre auch schlecht, denn unsere Wurzeln liegen in den Feuerwehren. Ja, das war mir da nochmal schon sehr, sehr wichtig, auch ganz klar anzusprechen und wollte diese Aussagen einfach nicht so im Raum stehen lassen. Wenngleich es natürlich, es sind wenige, aber trotzdem war mir das persönlich jetzt ein Anliegen, auch darauf einmal zu reagieren. Bleiben wir bitte sachlich, objektiv, respektvoll im Umgang miteinander. Wir reden immer von Kameradschaft und ich denke, wir sollen sie auch leben. Ja, damit möchte ich jetzt diesen Wechsel machen und den Teil vom Rückblick abschließen und jetzt in den Ausblick gehen. Mit Zuversicht und positiver Einstellung möchte ich wirklich nach vorne schauen. Und ja, wir haben auch mit den Bezirkskommandanten bereits einiges in Planung, das wir in der Videokonferenz von letzter Woche auch besprochen haben. Und wir werden versuchen, Normalitäten auch herzustellen. Schrittweise, ja, das muss man dazu sagen, das wird nicht alles auf Schlag passieren können, das wird nicht alles auf Knopfdruck passieren können. Schrittweise wollen wir Normalitäten in unser Feuerleben bringen. Mit Sorgfalt und Disziplin natürlich, weil die brauchen wir noch, weil wir haben geltende Covid-Bestimmungen. Wir haben die Ampelregelung, auf die möchte ich nochmal hinweisen, auf der Homepage bitte zu schauen. Da ist die Letztversion immer drauf, wo die Regelung ist, was ist derzeit möglich, welche Bereiche können wir in welchener Form auch derzeit nutzen. Aber es geht darum, dass wir den Ausbildungs- und Übungsbetrieb schrittweise wirklich aktivieren. Derzeit ja bereits wirklich in Kleingruppen bis zehn Mitglieder, dass Übungen auch stattfinden mit entsprechend Maßnahmen dazu. Das glaube ich, brauche ich nicht dazu sagen. Wir haben das Thema Aus- und Weiterbildung an der Landesfeuerwehrschule, da komme ich noch einmal gesondert dazu. Wir haben besprochen mit den Bezirkskommandanten, dass wir auch Ausbildungen in den Bezirken, genauso wie die ermöglichen, die ausgelagerten Lehrgänge können stattfinden, aber auch Vorbereitungen zu den Fuller-Bewerben, FLA, Gold, WLA, Goldbewerbe. Wir planen auch in diese Richtung. Die Jugendarbeit ist natürlich ein Thema. Die Jugendarbeit haben wir derzeit reduziert auf Online-Versionen, aber wir richten uns da nach den Schulen. Und solange die öffentlichen Schulen geschlossen sind, können wir fast nicht sagen, wir sperren bei den Feuerwehren auf, so schwer es uns alle fällt. Da ist einfach nur mein Aufruf, mein Appell, bitte lasst in Kontakt mit euren Jungfeuerwehrmitgliedern nicht abreißen, sucht die Möglichkeiten. Sie sind es ja mittlerweile vom Homeschooling gewohnt, dass man zumindest vielleicht einmal die Möglichkeit über eine webbasierte Lösung schaut, dass sie an der Feuerwehr immer wieder noch ihren Gefallen haben. Ja, Funkbewerb, ich habe schon gesagt, werden wir planen. Es gibt ein Umsetzungskonzept für einen Fuller-Bewerb im Haus, für FLA, für WLA, werden wir schauen, dass diese Bewerbe durchgeführt werden können. Zum gesamten Bewerbsthema selbst gibt es viele Abstimmungen. Die Bewerbsleitungen österreichweit haben auch ein Konzept erarbeitet, wie ein Abschnitts-, ein Bezirksbewerb, ein Landesbewerb. Ja, selbst, und das hoffen wir auch noch, dass der Bundesbewerb dann tatsächlich so stattfindet, dass all diese großen Events auch eine Möglichkeit finden im Sommer. Aber wir wollen uns auch bewusst nur auf diese Bewerbe konzentrieren und heuer mal bewusst Abstand nehmen von anderen Bewerbsveranstaltungen. Es gibt auch keine Beteiligung im Ausland oder durch das Ausland. Oder sozusagen diese Kontakte werden da heuer nicht stattfinden. Aber wichtig ist, dass wir versuchen werden, Lösungen anzubieten, um zumindest Bewerbe durchführen zu können. Und wir haben erst heute wieder in der Videokonferenz mit den Landeskommandanten auch darüber beraten, wann wir auch die Möglichkeiten dann wirklich so aktivieren können, dass die Bewerbsübungen natürlich in der gewohnten Form stattfinden können. Gewohnten Form jetzt unter den neuen Bedingungen, klarerweise. Aber ich denke, da war schon von Beginn weg auch wichtig, dass wir immer österreichweit einheitlich uns organisieren und auch gemeinsam hier an einem Strang ziehen. Leistungsprüfungen natürlich ebenfalls für mich persönlich ein ganz wichtiges Ausbildungselement. Auch da werden wir schauen, sobald es die Möglichkeiten wieder gibt, dass wir das wieder aktivieren können. Zum gesamten Bewerbswesen wird Hannes Niedermeyer ja beim nächsten Webinar am 29. berichten. Im Detail auch, wie das Ganze dann ausschaut. Ja, schrittweise Annäherung zur Normalität wird uns begleiten. Die laufende Information zu der aktuellen Situation unbedingt beachten. Das möchte ich wirklich mitgeben. Wir werden schauen, dass wir da entsprechend immer die Anpassungen machen. Aber es hängt natürlich davon ab, wie die Gesamtentwicklung ist, wie die Regierung sich entscheidet oder die Regierungen sich entscheiden. Und nachdem können uns wir auch letztendlich herantasten zu den einzelnen Freigaben in den jeweiligen Bereichen. Bitte nutzt auch die Testangebote in den Bezirken. Ich stehe dir jetzt überall zur Verfügung. Wenn man zum Beispiel eine Übung plant in der Feuerwehr ad hoc, denke ich mir, ist es zumutbar, dass man sagt, gut, lasst euch doch vorher mal testen. Dann haben wir die Sicherheit, dass wir zu einer Schulung zusammenkommen. Dann hat jeder ein bisschen ein besseres Gefühl vielleicht dabei, damit wir dort Testungen als eine der Grundlagen auch anwenden können. Maskeobstand, glaube ich, da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Hygienemaßnahmen, die verfolgen uns jetzt im Besonderen wieder, weil sich diese Bedingungen auch geändert haben. Zum Thema Feuerwehrschule. Der Betrieb ist seit 18.01. wiederum geöffnet. Unter den bestehenden Hygienemaßnahmen. Ja, wir haben ein durchaus sehr strenges Konzept im Haus. Wir haben das Thema jetzt natürlich übernommen. FFP2-Masken, die wir ja den Lehrgangsteilnehmern, wenn sie zu uns kommen, ja zur Verfügung stellen. Die Lehrgangsteilnehmer werden getestet, derzeit im Haus. Auch etwas, was wir jetzt in eine permanente Einrichtung umgesetzt haben. Hausintern nutzen auch da vielleicht die Permanent-Testungen, wenn wir in die Feuerwehrschule zu einem Lehrgang kommen, bitte auch da die Permanent-Testungen draußen in den Bezirken nutzen. Bestätigung mitnehmen, man sollte nicht öfter wie 48 Stunden sein. Es macht einfach die Abwicklung einfacher. Das ist nicht, weil wir es nicht, dass wir es selber nicht testen wollen im Haus. Das tut man natürlich, aber es macht einfach die Abwicklung für den Einzelnen einfacher. Das Lehrgangsangebot ist auf Kernlehrgänge reduziert. Nach wie vor, es sind einige Veranstaltungen, die derzeit nicht stattfinden und auch die Teilnehmerzahl ist weiterhin reduziert. Das ergibt sich einfach aus den Abstandsregeln, die wir natürlich genauso einhalten müssen. Wir werden versuchen, weitere Seminare anzubieten, spezielle Seminare zu einzelnen Themen. Da haben wir schon einiges jetzt auf Lager. Auch der Markus wird da eins ansprechen. Auch da werden wir schauen, dass wir Informationen über den Weg auch weiterhin mit euch austauschen und kommunizieren. Ja, schrittweise Normalität. Geduld wird es leider doch noch. Wo brauchen wir nämlich bei all dem, was schon auch geplant ist oder verschoben worden ist mit festen Veranstaltungen oder Freizeitaktivitäten. Dort wird es sicherlich noch länger noch brauchen, bis es zu Entscheidungen kommt, dass da wieder was passiert. Ich glaube, das ist uns alle bewusst. Für uns muss im Mittelpunkt stehen, unser gewohntes Feuerleben, das einmal funktioniert, von Ausbildung, Übung bis hin auch zu den bereits genannten Aktivitäten. Dort wollen wir schauen, dass wir hinkommen. Ja, auch das ist es, was unter dem großen Titel was nehmen wir uns für 2021 vor. Schrittweise Normalität im Feuerleben. Ja, auch das wird uns begleiten. Aber es gibt derzeit seitens des Landes Oberösterreich keine aktuellen Anfragen und Anforderungen für Unterstützungen, für Permanenttestungen oder bei den Impfungen nach heutigem Stand. Eine Ausnahme könnte maximal bilden, wenn einmal irgendwo durch einen besonderen Umstand Engpässe oder Spitzenabdeckungen an Wochenenden stattfinden könnte, speziell im Zusammenhang der Masttestungen. Dann kann es sein, dass einmal eine einzelne Feuerwehr angesprochen wird, beziehungsweise der Bezirkskommandant oder der Abschiedskommandant auf euch zukommt, dort vielleicht unterstützend mitzuwirken. Ansonsten war es mir jetzt auch wichtig, im Krisenstab zu signalisieren, dass wir schrittweise Normalitäten wieder brauchen und uns derzeit einmal aus diesen Bereichen herausnehmen. Die Logistik bleibt derzeit nach wie vor auch in unseren Händen, aber wird eben, wie auch heute schon einmal erwähnt, hauptsächlich durch unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgewickelt. Ja, Impfungen, auch da eine Information an euch. Impfungen, ein viel diskutiertes Thema, eines, was täglich in den Medien natürlich präsent ist, mit all den derzeitigen Informationen. Ich denke, das brauche ich doch nicht ausführen. Grundsätzlich hat es ein erstes Abstimmungsgespräch mit der Impfkoordination des Landes Oberösterreich gegeben. Das war genau am 15. Jänner. Dort wurde mir klar gesagt, die VW ist in der Phase 2 nach dem Impfplan des Bundes vorgesehen, im Zusammenhang oder eingebettet in der kritischen Infrastruktur, also mit allen Einrichtungen, die da drinnen enthalten sind. Es ist jetzt sozusagen ein erstes Mengengerüst erhoben worden und auch mögliche Obwicklungsmodalitäten, wie eine solche Impfung abgewickelt werden könnte. Vor allem, wir sind doch eine sehr große Einheit. Wir haben sehr viele Bereiche, die wir natürlich auch berücksichtigen müssen, wo man natürlich nur schwer eine Prognose machen kann. Wir haben ja Personenkreise, die so und so in Bereiche, vor allem die ohnehin geimpft werden. Wir haben welche in anderen Organisationen, die früher schon mit einer Impfung sozusagen ausgestattet werden, aus dem Gesundheitsbereich oder Sozialbereich, wo auch immer, also nach den Impfplänen. Das heißt, das abzustimmen ist durchaus nicht ganz leicht, aber wir haben dort jetzt versucht, Mengengerüste mal so weit aufzustellen. Der Zeitraum ist offen. Ich habe da wirklich unter diesen drei Fragezeichen, es war nach dem derzeitigen Impfplan, den ja, soweit man es jetzt ja auch vernommen hat, der aufgrund der Engpässe bei den Lieferungen von Impfstoffen wahrscheinlich eine Verzögerung erfahren wird, wäre da im März drinnen gestanden. Ob das halten kann oder nicht, ist schwer zu sagen, nach jetzigem Stand. Da wird man die Entwicklung einfach abwarten müssen. Wir machen derzeit unsere Internetplanungen, derzeit auf diesen Grundlagen, aber da müssen wir doch noch abwarten, weil uns viele von den Grundlagen noch abgehen, damit wir das ordentlich machen können. Abgestimmt für uns von der medizinischen Seite wird das Ganze mit dem Landesverwehrarzt, mit dem Dr. Clemens Nowak. Ja, und was nehmen wir uns noch vor für das kommende Jahr? Auch das ist noch ein Thema, wir finanzieren auch im nächsten Jahr. Das ist so jetzt auch nur einer dieser Punkte, der mir wichtig ist, euch mitzugeben, weil auch das ist etwas, was, denke ich mal, für euch eine wichtige Aussage ist, Finanzierung versus auch Planungssicherheit. Wie gehen wir mit dem Thema um? Nachdem, und das ist auch kein Geheimnis, dass alle Finanzierungen derzeit schwierig erscheinen und wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht leicht werden und wir auch alles verbaut an Steuermitteln direkt hängen, auch für uns ist, nicht nur einfach wahrscheinlich gestalten wird. Aber, ich möchte schon auch ganz klar sagen, wir haben im Budget 2021 durchaus Vorkehrungen getroffen. Das heißt, die notwendigen Fördermittel sind heuer im Budget jedenfalls vorgesehen. Wir haben ein Gesamtvolumen von 10,4 Millionen und damit um 26 Prozent mehr zu 2020, weil wir die Weiterführung von Förderzusagen seitens des Verbandes machen. Das trifft in erster Linie alle Großgeräte und da ganz speziell natürlich die Fahrzeuge. Ich habe dann einen Vergleich zwischen 2019 und 2021 in der nächsten Folie, wo ich das noch mal kurz auch vorstellen möchte. Ich möchte aber besonders darauf hinweisen, dass die Sicherstellung des Verbandes, nämlich die Förderzusage von uns, speziell bei den Fahrzeugen, maximal drei Jahre nach der Zusage auch erlöscht. Also wir schleppen das sozusagen nicht ewig mit. Das können wir nicht. Wir können nicht sozusagen der große Zwischenfinanzierer da sein, sondern wir haben gesagt, in drei Jahren können wir die Mittel mitnehmen, aber dann erlöscht die Förderung. Das heißt, das bitte beachten, speziell jetzt, wo Fahrzeuge vielleicht anstehen, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern das auch noch mal vielleicht thematisieren, wenn es wo zu Verschiebungen kommt, weil natürlich für die Gemeinden ja die Situation auch nicht einfach ist derzeit und auch die nächste Zeit nicht einfacher sein wird. Also da bitte besonders drauf achten. Von diesen 10,4 sind rund 5,6 Millionen alleine im Fahrzeugbeschaffungsprogramm für das kommende Jahr drinnen. Das sind weit über 70 Fahrzeuge, die wir wieder ganz normal aufgenommen haben in unserem Förderwesen. Das heißt, wir haben keine Rücknahme gehabt, sondern wir haben das eigentlich zur Gänze umgesetzt. Ja, auch nicht unerwähnt möchte ich lassen, der Stützpunktbereich. Wir investieren im Jahr 2021 im Stützpunktbereich 4,3 Millionen Euro, die wir alleine dort im kommenden Jahr, also nicht im kommenden, im laufenden Jahr 2021 auch umsetzen werden. Also auch eine durchaus beachtliche Summe. Ja, kurzer Vergleich. Ich habe versucht, die drei Jahre dort zu stehen, gemeinsam mit der Finanzabteilung und dem Förderwesen. Und die Jahre 2019, 2020, dort haben wir, wenn man jetzt schaut, 2019 haben wir ein Budgetkopf von 6,77 Millionen damals. Ausgeschöpft wurden damals 4,7. Das heißt, da stehen alle nicht realisierten Projekte drin. Die gehen dann immer wieder ins neue Jahr weiter. Das Budget wurde aber dann auch da wiederum aufgestockt. Auf 8,23 Millionen, 5,43 wurden abgerufen. Und an diesem dorten Diagramm sieht man, wie die Verteilungen der Fördermittel sind. Der wesentlichste und größte Teil geht klarerweise in Fahrzeuge. Und hier sind wir österreichweit, ja, ich traue mir fast zu sagen, Spitzenreiter, was Förderwesen und Förderungen insgesamt betrifft. Der Voranschlag für 2021 sieht eben 10,4 Millionen vor. Also wiederum eine budgetäre Steigerung. Da enthalten sind natürlich auch wiederum weiterführende Projekte oder Förderprogramme, die noch nicht realisiert sind. Die kommen da drinnen natürlich auch vor. Darum ist es durchaus so ein Differenz, den man vielleicht jetzt, wenn man den ausbezahlten Betrag zum letzten Jahr anschaut, dass das so groß ist. Aber wir wollen auch natürlich für alle Finanzierungspartner ein Partner sein. Und als solches haben wir gesagt, wollen wir das so machen, dass wir nach unseren Möglichkeiten auch das Förderprogramm dementsprechend dotieren. In der Gesamtheit, auch da nur ein paar Zollen, 25 Prozent vom Gesamtbudget oder 70 Prozent des gesamten laufenden Aufwandes fließen bei uns einmal nur in Förderungen. Und 27 Prozent fließen vom Gesamtbudget in Investitionen in verschiedensten Bereichen. In Stützpunkte zum Beispiel, in Ausbildungen, die Ausstattungen der Feuerwehrschule etc. Also auch da ein nicht unerheblicher Bereich. Das vielleicht einfach auch einmal zur Darstellung, wie die Finanzgestaltung ist. Und bewusst auch den Ausblick oder vielleicht für euch die Planungssicherheit, zumindest von unserer Seite an euch zu signalisieren, unsere Fördermittel werden entsprechend ausgeschöpft. Ja, und wir finanzieren. Wir sind aber nur einer von den Finanzierungspartnern. Und ich möchte da wirklich ganz bewusst ansprechen, dass die Finanzierungspartner in erster Linie ist es natürlich die Gemeinde, wenn es um Großprojekte geht, wenn es um große Beschaffungen geht. Und da müssen die Finanzierungspläne wirklich fertig sein. Wir haben gerade jetzt wieder einen Fall gehabt, wo Finanzierungspläne leider Gottes nicht fertig waren. Dann wird es vom Land abgelehnt. Nicht von uns. Nicht wir lehnen ab, sondern das ist das Land, weil dort einfach die Finanzierungsgrundsätze für die Gemeinden liegen. Und darum war mir wichtig, die Folien zuerst, dass ihr seht, wir haben unsere Finanzmittel vorbereitet, aber es braucht auch die anderen Finanzierungspartner, Landau Österreich und die Gemeinden. Und die haben es allesamt genauso. Nicht leicht. Und daher muss man auch, denke ich mir, da auf Augenhöhe miteinander reden, dass man zu Lösungen kommt, vor allem in den nächsten Jahren. Leider eine Information, die mich gestern erreicht hat, beziehungsweise angedeutet vorige Wochen, dass das Gemeindepaket, was jetzt geschnürt worden ist, dass dort Feuerwehrfahrzeuge nicht gefördert werden, also darf nicht dazu verwendet werden. Ich werde diese Sache auch noch nachgehen, möchte ich sogar da ansprechen, weil es natürlich auch für die Gemeinden da oder dort möglicherweise eine Grundlage entzieht. Aber das sind Entscheidungen, die nicht wir treffen, die werden an anderer Stelle getroffen, aber sie haben natürlich dann irgendwann eine Auswirkung, wenn es um Beschaffungen dieser großen Projekte geht. Ja, die Gefahrenabentwicklungsplanung, sie sind ja weitgehend abgeschlossen und sie bilden die Grundlage auch für die Beschaffungen. Ich denke, das ist nichts Neues, aber jetzt nur mehr umso besonders auch der Blick immer drauf, wie die Vereinbarungen in der GAP getroffen wurden. Ja, und das möchte ich schon auch noch mal ganz klar ausgesprochen haben, der Landesfeiberverband, wir unterstützen, wir nehmen dafür viel Geld in die Hand. Ich hoffe, das konnte ich heute auch so ein wenig vermitteln. Aber wir können nicht das Feuerwehrwesen insgesamt finanzieren. Das ist für uns nicht möglich, weil auch für uns viele andere Bereiche, die wir als Verband per Gesetz verpflichtet sind, aufrechtzuerhalten und zu finanzieren, die müssen wir auch erfüllen. Das müssen wir genauso auch machen. Aber wir haben ein hohes Volumen in der Förderung drin, ein hohes Volumen, was unmittelbar ja zu den Gemeinden und letztendlich zu euch, zu den Feuerwehren kommt. Aber die Gemeinden tragen Verantwortung. Und auch da wird der Markus Vogelhube im Anschluss noch mal ein paar Details dazu erwähnen. Ja, das war mal sozusagen auch ein Querstreif. Wie schaut es aus? Was nehmen wir uns vor? Es waren Punktationen, es war sozusagen ein Querstreif in vielerlei Bereiche. Manches vielleicht einmal kritisch auch betrachtet, kritisch auch angesprochen. Aber ich denke, auch das muss in so einem Rahmen durchaus möglich sein. Aber wir tun unser Bestes und Möglichstes, dass wir auch durch diese Zeit jetzt noch kommen und dann letztendlich auch gut durch die Folgezeit. Weil ja, auch wenn die Gesundheitskrise dann hoffentlich bald ein Ende nimmt, so haben wir dann trotzdem neue Herausforderungen, gerade im Zusammenhang wahrscheinlich mit Finanzierungen. Gut. Und jetzt mache ich noch abschließend ein paar Punkte. Und jetzt schaue ich ein bisschen nach rechts. Der Markus wird schon ein wenig finster schauen, weil ich habe seit Zeit, ein wenig Zeitraube. Aber ja, Punkte waren für mich heute einfach auch wichtig. Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, ich kann nur Danke sagen. Und unsere Statistik, die aktuell jetzt da ausgefahren worden ist, zur Aktion 1020, sagt uns, dass wir derzeit 1,5 Millionen Euro seit Einführung der Aktion an die Wirtschaft, nämlich an die regionale Wirtschaft, haben sozusagen fließen lassen können. Und ich finde es beachtlich, 1,5 Millionen ist eine gewaltige Summe im noch heutigen Stand, 169 Feuerwehren haben sie da drinnen, entsprechend mit verschiedensten Ankäufen, Projekten, was auch immer in dieser Zeit da einbraucht. Eine tolle Sache. Und ich glaube, ein klares und deutliches Zeichen, dass auch die Feuerwehr zur Regionalität steht und auch die regionale Wirtschaft unterstützt. Und ich glaube, es ist so, die regionale Wirtschaft unterstützt vor allem euch vor Ort in vielen Bereichen. Hat es ja auch während der Krise dann, das merkt man und sieht man dann immer auch auf Facebook. Aber ich denke umgekehrt, wir haben auch etwas zurückgegeben. Und wir wollen auch die Aktion im heurigen Jahr jetzt weiterführen, nachdem die Krise immer noch nicht vorbei ist, wollen wir auch die Aktion weiterführen und auch weiter unterstützen. Und da gilt mein Aufruf für alle, die vielleicht nichts eingemeldet haben oder noch nicht gemacht haben oder vielleicht was vorhaben, macht es, meldet es da dazu. Ich denke, als Feuerwehr Oberösterreich geben wir hier ein klares Zeichen auch der Wirtschaft. Und danke sagen dafür auch wiederum an die Feuerwehren, die da mitmachen, um die Aktion nicht ins Dunkel zu unterstützen, dürfte heuer auch unter ganz anderen Bedingungen wie sonst für die oberösterreichischen Feuerwehren diesen Scheck mit 12.300 Euro übergeben und darf, das habe ich mir erlaubt, die Folie vom letzten Mal noch einmal anhängen, vielleicht schaffen wir es doch, einmal da in diese Richtung auch zu machen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir vielleicht da noch einmal einen Ansatz setzen. Ich denke, ich darf sie überbringen, aber dahinter steht das oberösterreichische Feuerwehrwesen und ich glaube, da hat man auch die Kraft. Damit sage ich nur mal abschließend ein herzliches Dankeschön meinerseits für die Aufmerksamkeit. Danke für euren Erschmerzen, euren Einsatz, an euch persönlich, aber auch an eure Kameradinnen und Kameraden. Ja, für all das, was ich heute schon gesagt habe, ganz am Anfang, was alles abverlangt worden ist, persönlich, aber auch für uns in der Organisation. Aber schauen wir mit Zuversicht nach vorn, schauen wir wirklich füre und ich bin guter Dinge, dass wir Schritt um Schritt gewisse Normalitäten jetzt zurückgewinnen und Schritt um Schritt auch wieder unser Feuerwehrleben wieder machen können. Und ich glaube, wenn wir da auch genauso Schritt für Schritt zusammenhelfen, dann gelingt uns das mindestens so gut, wie wir jetzt durch diese Krise bis jetzt gekommen sind, dass wir auch da gut durch diese nächste Zeit kommen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich wiedersehen können. Das ist für mich die schönste, weil wir leben von persönlichen Kontakten und von Zusammenkommen und von gemeinsamen Rehen und Plauschen. Ich höre zu und auf das freue ich mich und ich bin sicher, auch das wird in absehbarer Zeit wieder möglich sein. Danke, schönen Abend und der auf jetzt Markus Vogelhuber übergeben, der weitere Ausführungen aus der Organisation im Verband an euch bringen wird. Danke. Ja, geschätzte Vagane des EU-Landes Feuerwehrverbandes, liebe Kommandantinnen und Kommandanten, Führungskräfte des obestreichischen Feuerwehrwesens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schönen Abend, ich kann euch gleich versprechen, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir die Zeit, die wir uns genommen haben, auch einhalten, das heißt, der Zeitpunkt 20 oder 45 zweiter Durchgang sollte gesichert sein. Dennoch schauen wir trotzdem, dass wir ein paar wichtige Themen, die eure tägliche Arbeit bei der Feuerwehr betreffen, informieren können. Wir haben jetzt ein paar Dinge, die sich einfach so über die Zeit bei uns angesammelt haben, wo wir Anfragen kriegen, wo wir wissen, das beschäftigt euch zusammengestellt. Und das zum Thema interne Kommunikation, wie kommunizieren wir im Feuerwehrwesen untereinander, ein bisschen was zur Öffentlichkeitsarbeit, Informationen, dann Organisation und Administration, das sich auch in Zeiten dieser Covid-Krise erheblich verändert hat. Und dann haben wir uns noch einen sehr wesentlichen Punkt gesetzt, weil es, wie der Landeskommandant schon gesagt hat, immer wieder Thema von Meldungen ist, Kritiken, bis zu fast bösartigen Rückmeldungen, die wir kriegen, das Thema Finanzierung des Feuerwehrwesens, wo wir einfach wieder mal ein bisschen sagen möchten, was denn die Nullinie ist bei dem ganzen Thema und wie es ihr vor Ort schickt auf euch ihre Gemeinden und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zugegeben. Ja, wir beginnen mit der Kommunikation von Maßnahmen. Wir haben uns ja seit dem Beginn dieser Covid-Krise darauf verschrieben, diese sämtlichen Informationen, Anweisungen, Maßnahmen per E-Mail an alle Feuerwehr und Organe zu kommunizieren und zusätzlich alle Unterlagen und Informationen immer in der gültigen Version auf unserer Webseite abrufbar zu haben. Dies sichert uns eine immer gleiche Schiene, dies sichert uns, dass ihr ständig mit den aktuellen Informationen versorgt seid. Bitte das auch entsprechend wahrzunehmen in der Führungsebene, aber auch darüber hinaus. Gelegentlich kommt es wieder mal vor, dass wir Krediten kriegen über Dinge, die draußen nicht bekannt sind und dann kommt es drauf, das haben wir vor gewisser Zeit ausgeschickt und auch auf der Webseite informiert. Macht es ein bisschen umständlich, macht es nicht schlimm, aber es ist halt einfach gut, wenn man die Sachen, die wahrschicken, entsprechend verfolgt. Diese einheitliche Schiene, die werden wir auch so weiterführen, weil es einfach gut und bekannt ist. Ein Hinweis, die Vorte, Vorsicht bitte einfach, bei der Weitergabe von Informationen, das auch geschickterweise dann per E-Mail oder so zu machen, auf jeden Fall auf die Vollständigkeit dieser Informationen achten. Wir haben es schon gesagt, dass einander mal werden Informationen dann weitergeben über andere Schienen, über irgendwelche Messer, Dienste, soziale Medien und so weiter, werden die verteuert in den Feuerwehren. Dann kommen nur Teile von dem an, was wir ausgeschickt haben und da wird die Geschichte schwierig, weil vielleicht der Schriftführer, der Kassenführer oder irgendjemand anderer die Informationen gar nicht mehr vollständig hat. Verwendet einfach die Schiene, die wir verwenden per E-Mail und per Webseite so weiter. Ich glaube, dann ist es gesichert, dass alle Leute, die im Feuerwehrwesen mit diesen Informationen vertraut sind, einsprechend als Brüderin. Die Datenweitergabe war ein Thema kürzlich und zwar, was muss denn eine Feuerwehr weitergeben, wenn sie eine Anfrage bekommt von draußen. Das war in dem Fall eine relativ einfache Geschichte. Es hat ein bisschen eine Diskussion gegeben zwischen einer Feuerwehr und einer Versicherung, Thema Einsatzverrechnung, aber auch Tätigkeiten und so weiter. Und dann heißt es, naja, die Feuerwehr sollte den Einsatzbericht an die Versicherung weitergeben und da ist bitte Stopp. Also das heißt, wir geben Informationen aus dem Feuerwehrdienst, das haben wir ja schon in der Dienstordnung drinnen, nicht so ohne weiteres an Dritte weiter. Wir geben auch keine Einsatzberichte, wie wir sie aus Seibos kennen, an Versicherungen, an private Unfallbeteiligte oder sonst drinnen weiter. Das ist grundsätzlich einmal nicht gestattet. Das ist auch nicht zielführend, das ist nicht gescheit. Auf einen Einsatzbericht habe ich sehr viel Informationen drauf, bis hin zu vielleicht persönliche Daten, Namen von Mitgliedern und so weiter. Das ist nicht gescheites weiterzugeben. Ist auch, wie gesagt, grundsätzlich nicht gestattet. Eine Ausnahme bildet natürlich, wenn eine behördliche Einrichtung auf euch zukommt, sei es die Polizei, die Staatsanwaltschaft, weil die irgendwas ermitteln, weil die sagen, wir suchen nach einem Brandstifter oder sonst irgendwas, dann kann das natürlich weitergegeben werden, aber nicht an Unternehmen, an private Dritte und so weiter. Das ist nicht gescheit, ist nicht gut. Es hat auch jeder, der eine Rechnung kriegt aus dem Feuerwehrdienst, natürlich auch das Recht, Informationen dazu zu bekommen. Das machen wir dann im Einzelfall im Detail. Wenn einer sagt, ich möchte wissen, was ich hier gerade gemacht habe, können wir das gerne machen und auch weitergeben und beantworten. Aber wir geben nicht komplette Einsatzberichte weiter, die bleiben innerhalb der Feuerwehr, die bleiben innerhalb unserem System Seibus, wo sie auch hingehören. Jene, die was Zugriff brauchen, haben sie eh. Das sind unsere Organe, das sind wir als Landesverband, die heute gesammelte Daten aufbereiten. Das heißt, die arbeiten dann mit den Summen der Einsatzberichte für unsere Jahresberichte und so weiter. Aber das ist eh die Ursache. Wichtig ist, gibt es solche Einsatzberichte nicht auch draußen. Es hat keiner einen rechtlichen Anspruch darauf und ich müsste es auch nicht erwähnen. Das Thema rechtliche Angelegenheiten vielleicht noch einmal, weil es doch sehr viel bei uns aufschlägt. Natürlich klar, es ist bekannt, wir haben die Stabsstelle Recht im Landesverordnungskommando eingerichtet mit der Mag. Marie-Sufi Gala, Kollege mittlerweile doch schon einige Zeit im Dienst, die kennt sie es auch von diversen Lehrgängen und Veranstaltungen. Und sie hat natürlich als Aufgabenbereich die Rechtsthemen des gesamten Landesverbandes zu bearbeiten. Wir suchen einfach nur mein Verständnis, dass die Marie-Sufi Gala als Stabsstelle Recht nicht für Einzelthemen von Feuerwehren oder vielleicht sogar von Mitgliedern herangezogen werden kann. Es gibt eine sehr klare Trennung, dass man sagt, okay, der Rechtsdienst im Landesverband kümmert sich darum, wenn die Themen für die Feuerwehr insgesamt interessant sind. Es kann nicht mehr sein, dass eine Feuerwehr am Feuer hat und sagt, da haben wir das, was er erlebt, das müssen wir aufbereiten, weil das interessiert die anderen sicher auch, dann bitte her damit. Aber wenn das Einzelfälle sind, dann bitte vor Ort abzuwickeln. In erster Linie steht als Ansprechpartner die Gemeinde zur Verfügung, die ja sowieso über der Feuerwehr steht. Dort bitte auch schauen, gleich einmal mit dem Amtsleiter rücksprechen, wann irgendein Fall auftritt. In den meisten Fällen haben die Gemeinden auch eine Rechtsschutzversicherung. Wenn nicht, dann bitte das vielleicht sogar mal andiskutieren und sagen, lieber Amtsleiter, lieber Bürgermeister, war das nicht gescheit, so etwas zu haben. Wir wissen, dass die Zeit nicht leichter wird, was das Thema betrifft. Es gibt gleich einmal Dinge, die hinterfragt werden, was hat die Feuerwehr gemacht, warum hat sie es gemacht und so weiter. Es wäre hier gut, eine Rechtsvertretung zu haben, aber wenn das die Feuerwehr betrifft, ist in erster Linie einmal die Gemeinde dafür zuständig und nicht der Landesverband aus einem ganz einfachen Grund, nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil wir es in dieser Dimension einfach nicht können. Mit einer Juristin am Landesfeuerwehrkommando für 900 Feuerwehren, das erstellen wir nicht. Abgesehen davon liegt auch die Aufgabe hier bei der Gemeinde. Zu dem Thema Aufgaben der Gemeinde werden wir dann später noch in ein anderes Thema kommen, aber das dann dahin. Das Thema Öffentlichkeitsarbeit ein paar Mal aufgeschlagen ist, es ist natürlich so, dass die Öffentlichkeitsarbeit in den vielen Bereichen tätig. Da gibt es Leute, die zufällig im Marketing in der Firma sind, die das beruflich machen, die es vielleicht auch sich selber angeeignet haben, wo die Feuerwehr eine gute Öffentlichkeitsarbeit macht und vielleicht einmal Feuerwehren, die was mit dem noch nicht so vertraut sind. Wir wissen, dass wir im Bereich des Marketings und der Kommunikation nach außen noch ein großes Aufgabenfeld vor uns haben. Es gibt auch sehr, sehr große Bemühungen am Landesfeiberkommando in diesem Bereich auszubauen. Wir haben mittlerweile einen nächsten Mitarbeiter aufgenommen, der in Kürze seinen Dienst antreten wird in diesem Bereich und sind dann entsprechend gestärkt, um das Thema Marketing und Öffentlichkeitsarbeit auch wirklich auf der Landesverbands-Ebene anzugehen. Unser Ziel, das habe ich schon vorhin gesagt bei diversen Vorträgen, ist natürlich schon das, dass wir nicht für euch die Öffentlichkeitsarbeit machen, das können wir auch nicht, das wollen wir auch nicht, sondern dass wir euch einfach Schulen informieren können, ausbilden können, damit ihr eure Öffentlichkeitsarbeit auf Feierbeebene, Gemeindeebene, Abschnitt- oder Bezirksebene entsprechend umsetzen könnt. Das ist das Ziel, das wir haben, ist noch eine Menge Arbeit, das ist uns bewusst, aber das wollen wir schaffen. Ungeachtet dessen, bitte einmal die Grundlagen, die wir jetzt schon immer vermitteln, eigentlich seit Jahren schon, speziell der Hermann Kohlinger, bei den Kommandantenlehrgängen, Einsatzleiterlehrgängen, Schrift- und Kassenführerlehrgänge, die der Hermann Kohlinger dort vermittelt, wo er sagt, passt es mir dort auf, schaut, dass ihr das ordentlich macht, passt es mir auf die rechtlichen Themen auf, das bitte auch so verfolgen und bitte auch darauf achten. Was uns besonders wichtig ist, ist einfach auch wieder das Thema, welche Daten gebe ich denn weiter, welche Informationen gebe ich weiter, die ich aus dem Einsatz gekriegt habe. Ihr kennt die Geschichten, heute die Feuerwerkameraden mit den Händen sind am Einsatzort mit dabei, jeder dort fotografieren, das Ding dann gleich weiter zu gehen, ist schlichtweg nicht erlaubt. Das haben wir in der Dienstordnung ganz klar geregelt, dass es heißt, wenn die Feuerwehr eine Öffentlichkeitsarbeit betreibt, dann geht die auf jeden Fall über den Kommandanten, der eine Presseaussendung freigibt, der sagt, wir schreiben auf die Webseite, welchen Bericht gehen wir noch draußen, welche Informationen gehen wir noch draußen. Das ist wichtig, das sollte eingehalten werden, ansonsten kann es zu Problemen kommen und was auch immer wieder ein Thema ist, ist die Behandlung von Medienvertretern vor Ort. Wir haben einen Grundsatz, das heißt, wir wollen natürlich, dass die Medien über unsere Arbeit als Feuerwehr berichten. Das ist gut so und das ist geschickt. Wir wollen auf jeden Fall, dass wir den Medienvertretern gleiche Möglichkeiten bieten. Wir wollen, dass die Medienvertreter, egal ob es ein Beispiel die Konenzellung kommt, die Nachrichten, Alarmordner von der Kersche oder wie sie alle heißen, sie alle mit Informationen versorgt werden, die sie für ihre Arbeit brauchen. Das soll nicht das Problem sein. Im Einsatz gibt es dafür bestimmte Bereiche, wo man jemanden als Medienvertreter auch hinlässt. Es gibt Bereiche, wo man jemanden nicht hinlässt. Das ist alles klar, das ist euch bewusst. Aber für uns jetzt einfach auch einmal sehr wichtig die Gleichbehandlung dieser Medien. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, irgendwelche Medien zu bevorzugen, Einzelgeschichten zu machen, wo man sagt, naja, der darf, der nicht. Da werden wir über mittel- und langfristig nichts verhindern. Der Hinweis ist einfach, schaut mal drauf, dass die Medien, die vor Ort bei euren Einsätzen sind, eine ordentliche Information bekommen über den Einsatz. Werden eure Fotos, Aufnahmen machen können, dort, wo es gestattet ist und damit sollte das Ding auch kein Problem sein, sondern im Gegenzug für euch auch was bringen, weil ihr die Fotos kriegt, weil ihr ordentliche Berichte stoppen habt, in den Medien und dort auch gescheit vorkommt mit eurer Leistung, die ihr ja erbringt. Ja, zum Thema Organisation und Administration. Der Landesverband hat schon gesagt, das Thema Vollversammlung ist ein sehr großes momentan. Sehr viele der letzten Vollversammlungen aus dem März, April 2020 kaum schon nicht stattfinden können. Ja, und jetzt geht es leider noch so weiter. Auch die heurigen Vollversammlungen sind ausgesetzt. Mittlerweile ist es so, dass wir vom Gesetz auch davon entbunden sind. Es wäre eine Pflicht, eine Vollversammlung zu machen. Der Gesetz hat man jetzt gelöst, es mal bis 31. Juli aufzuheben von dieser Pflicht. Wichtig ist aber, dass zumindest die Finanzthemen ordentlich abgerechnet sind. Das heißt, der Rechnungsabschluss, so wie er jedes Jahr gemacht wird, ist zu erstellen. Das kann man machen. Macht der Kommandant mit dem Kassenführer mit zwei Rechnungsprüfer und an die Gemeinde übermitteln. Die Wahl der Kassenprüfer ist nicht möglich, ist klar. Die bleiben halt einfach, das lösen wir pragmatisch. Und den Kassenbericht und die Entlastung des Kassenführers, das machen wir dann bei der nächstmöglichen Vollversammlung. Das heißt, je nachdem, wie sich die Zeit entwickelt, kann es durchaus sein, dass Vollversammlungen im August, im September, im Oktober stattfinden, beziehungsweise wenn sie dann erst nächstes Jahr stattfinden, im Jänner, Februar 2022, dann muss ich halt die Jahresberichte und die Kassenberichte nachholen für die Jahre, wo sie nicht stattfinden haben können. Das halten wir aus, das sollte funktionieren. Wichtig ist, dass auf jeden Fall die Rechnungsabschlüsse gemacht sind. Die Wahlen, genauso wie die Vollversammlungen können, wenn sie denn notwendig wären, jetzt nicht stattfinden. Es gibt immer wieder Feuerwehren, wo dort und da jemand geplant oder ungeplant aufhört, aufhören muss aus bestimmten Gründen und dann müssen wir einen Schriftführer, einen Kassenführer, einen Kommandant, einen Stellvertreter und einen Kommandanten neu besetzen. Eine Wahl ist aktuell nicht möglich. In der Regel ist es so, dass ja eine Person vorübergehend diese Funktion auch übernehmen kann, zumindest Schrift- und Kassenführer, auf jeden Fall dort, wo eine Wahl notwendig ist, das ist der Kassenführer, der Schriftführer, die Stellvertreter und der Kommandant, ist es so, wenn binnen sechs Monaten keine Wahl zustande kommt, aus welchem Grund auch immer, dann wird vom Bezirksfeuerwehrkommandanten ein Vorschlag an die Landesfeuerwehrleitung gebracht und dann erfolgt eine provisorische Bestellung durch die Landesfeuerwehrleitung und dann gilt diese Bestellung so lange, bis das eine Wahl zustande kommt. Das kann dann rein theoretisch sogar die nächste im Jahr 2023 sein. Wenn es bei euch solche Fälle gibt, dann bitte mit dem AFK und BFK Kontakt aufnehmen, mit dem das absprechen, die wissen, was sie dann zu tun haben, es kommt dann zu uns ein und wird dann bei der Landesfeuerwehrleitungssitzung entsprechend auch beschlossen. Ist ein Formalakt und damit aber auch die Funktion entsprechend gesichert. Die Mitgliederverwaltung und Einsatzverrechnung ist noch kein Thema. Ihr wisst, wir haben schon das Problem gehabt bei den Mitgliederausweisen mit der Fotoqualität. Da hat es zum einen sehr hochgesteckte Qualitätslimits gegeben am Anfang, die wir eh zugeschraubt haben. Nichtsdestotrotz waren immer wieder Fotos dabei, die einfach wirklich nicht zu brauchen waren und wir dann gesagt haben, okay, wir machen ein Webinar zu dem Thema. Es hat damals auch stattgefunden. Es hat sich sehr gut eingelebt. Es gibt darüber noch ein paar, die noch nicht so passen. Dazu kommt das Thema Feuerwehrführerschein, wo die Datenübereinstimmung nicht immer klar ist zwischen dem Führerschein, der mitgeschickt wird und den Daten, die in Seibus sind. Wir haben das Thema Einsatzverrechnung, immer wieder am Tablett, weil es einfach Feuerwehren oder Pfeilwehren gibt, die mit dem Thema wenig zu tun haben und wir auch sehen, da braucht es noch ein bisschen eine Nachschärfung, auch in Richtung rechtliche Belange, Postur, wenn ich Feuerwehre fremde Hilfskräfte beiziehen, wie geht das auch mit der Verrechnung, wie schaut es versicherungs- hofftungsrechtlich aus. Wir haben uns entschieden, das heute nicht im Detail durchzunehmen, weil es einfach der Zeitrahmen sprengen würde. Wir werden in Kürze ein eigenes Webinar dazu machen, wo die Schrift im Kassenführer teilnehmen können, wo die Führungskräfte teilnehmen können und dann das wirklich im Detail abgehandelt wird. Da können die Schrift im Kassenführer wieder einmal so ein Grundschema der Einsatzberechnung durchschauen, miterleben, damit es einfach auch wieder sitzt, weil dadurch keine Fehler passieren sollten. Es geht letztendlich um das Geld, es geht um viel rechtliche Materie und die sollte entsprechend sitzen. Die Atemschutstauglichkeit ist aufgeschlagen. Wir haben ja die Covid-Pandemie leider vor uns und eine Covid-Pandemie oder eine Covid-Erkrankung ist eine Lungenerkrankung und wir haben klar in unseren Richtlinien für die Tauglichkeit der Atemschutzträger stehen, dass wenn eine Lungenerkrankung auftritt, das Mitglied zum Arzt muss und der Arzt die Tauglichkeit erneut feststellen muss. Das ist ja mal Grundlage, das ist auch in den Richtlinien für die Tauglichkeit so geregelt. Wir haben uns jetzt in Abstimmung mit dem Landesfreibearzt darauf verständigt, dass man zwar sagt, okay, wir wollen, dass das Mitglied jedenfalls, wenn es Covid gehabt hat, einen Arzt aufsucht und die Atemschutztragung feststellen lässt. Natürlich ist es gescheit, vorher auch der Fitness sich sicher zu sein, weil zu sagen, naja, jetzt habe ich Covid gehabt, habe ich ganz schön niedergerissen, bin ja vier Wochen kletzt und dann probiere ich es gleich einmal und schaue, ob ich einen Atemschutztest bestehe und dann geht das schief, dann habe ich meine, was weiß ich nicht, 300 Euro einen Windschuss und das ist nicht Sinn und Zweck. Wichtig ist, dass das Mitglied einfach schaut, wenn ich Covid erkrankt war, bin ich fit genug, um einen Atemschutz, einer Atemschutzuntersuchung standzuhalten. Das kann ich versuchen über den Atemschutzleistungstest, den sogenannten Finnentest, kann auch persönlich einen Fitnesstest absolvieren. Ich gehe einfach einmal laufen, wie war es? Ja, mir geht es wieder gut, bis wir rauffahren mit der Spirometrie, Aerokometrie, das haut wieder hin, das müsste funktionieren. Dann gehe ich zum Arzt und sage, lieber Arzt, ich bin Atemschutzträger bei der Feuerwehr, ich habe Covid gehabt und ich brauche einfach wieder die Bestätigung, dass ich Atemschutz trauglich bin. Alles andere wäre einfach ein zu großes Risiko, auch für den Kommandanten, für das Mitglied sowieso, wenn irgendwas passiert, auch mal einfach ein Abstecken. Also das bitte auch, Abstecken, selber auch erlebt, also auch meine Covid-Erkrankung schon hinter mir, Gott sei Dank ohne größere Symptome, mit Ausnahme von Geschmacksverlust und bin jetzt einfach ein paar Mal laufen gegangen und dann geht es ab zum Leistungstest beziehungsweise zum Arzt, wo ich sage, ich fühle mich sicher genug, um diese Atemschutztaglichkeit wieder festzustellen. Macht das bitte und dann nicht unbedingt die Finanzierungsthemen in den Vordergrund stellen. Wir kommen nicht am Ende noch mal zu dem Thema und dann sollte da auch vielleicht das eine oder andere Thema aufgelöst sein. Wichtig ist die Sicherheit und die Gesundheit der Feuerwehrmitglieder und nicht die Sicherung des Budgets. Da sind andere verantwortlich. Ein kleiner Bereich noch, der uns trotzdem sehr wichtig ist, die Auszeichnungen im Feuerwehrwesen. Ich sage es immer wieder, die Auszeichnung, das ist der Lohn für die Feuerwehrmitglieder, wenn sie sich im Feuerwehrwesen engagieren, wenn sie tätig sind, wenn sie über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte aktiv sind. Nutzt bitte dieses Element. Wir haben wirklich da auch entsprechend ausgebaut. Wir haben zu den Bezirksauszeichnungen und Landesauszeichnungen auch die Verbandsauszeichnung eingeführt. Landesverbandsmedaille. Wie gesagt, nutzt es, wenn es dabei Fragen gibt. AFK und BFK stehen zur Verfügung. Die kennen das System, die kennen das Gerippe. Wir haben auch, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wirklich bewusst keine Matrix oder Katapult online stellt, wo sich einfach jeder aussuchen kann. Jetzt bin ich so lange bei der Feuerwehr und jetzt stellt mir die Auszeichnung zu. Das ist nicht Art und Weise, wie man zu einer Auszeichnung kommt. Das machen die Führungskräfte, in dem Fall der Feuerwehrkommandant für die Mitglieder, die er hat, für die er sich verantwortlich fühlt. Das macht der Abschnittskommandant geschickterweise auch für die Feuerwehrkommandanten im Abschnitt, dass er sagt, naja, der soll sich nicht selber beantragen müssen. Das geht natürlich über AFK oder BFK und das macht dann das Landesfeuerwehrkommando auch für die Organe. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, was kommt man denn jetzt einem bestimmten Mitglied für Auszeichnung geben, meldet euch beim AFK, der weiß in der Regel da Bescheid und kann euch da weiterhelfen, wenn irgendwas offen ist. Die Antragstellung erfolgt ja über Seipos, das geht relativ schick erst seit einiger Zeit und was da aber auch natürlich der Fall ist, das System erstellt keinen automatischen Vorschlag. Also ihr müsst schon selber noch schauen, okay, welche Auszeichnung wollen wir denn jetzt dem Mitglied verleihen und dann kann ich sich selber so auch beantragen. Ein Thema noch, das wirklich ganz kurzfristig aufgeschlagen ist über die Gemeinden, da nur der Hinweis, wenn das bei euch landet, dann solltet ihr wissen, was dahinter steht. Es hat eine Mitteilung gegeben vom Landtag Österreich, von der IKT an die Gemeinden und an die Bezirksverwaltungsbehörden. Da ist in einem sehr komplizierten Textgebilde beschrieben, dass bei Brandstiftung, die man ja verrechnen kann, keine bescheidmäßige Kostenvorschreibung durch die Gemeinde möglich ist. So, Punkt Nummer 1, dieser Fall wird in der Praxis eher selten eintreten. Das ist einmal gut, das heißt, mit dem haben wir nicht allzu viel zu tun, aber, wenn es dennoch kommen sollte, wir haben ja bei der Einsatzverrechnung die zwei Trennungen. Das eine ist die Verrechnung nach der Gebührenordnung, wo ihr eure hoheitlichen Tätigkeiten, die Pflichtaufgaben der Feuerwehr, verrechnet anhand der Gebührenordnung. Und dann haben wir weitere Leistungen, die die Feuerwehr erbringen, die sogenannten nicht-hoheitlichen Einsätze, die wir nicht als Pflichtaufgabe machen, aber die wir machen können, wenn uns dazu in der Lage führt. Und die verrechnen wir auf Basis der Tarifordnung. So, und dieses Schreiben sagt es von der IKT nichts anderes, als wir, wenn wir eine Brandstiftung haben, das ist ein Brandeinsatz, der in der Regel nicht verrechenbar ist, durch die Brandstiftung aber plötzlich verrechenbar wird, müssen wir auf Basis der Tarifordnung verrechnen. Verändert für uns nur in der Textierung was und im formalen Ablauf nichts im Inhalt, weil ja von den Tarifen die Tarifordnung und die Gebührenordnung ohnehin gleich ist. Details dazu. Zu dem Unterschied können wir gerne geben, wenn es um die Einsatzverrechnung in dem Webinar geht, das wir in Kürze anbieten. Aber nur, dass ihr jetzt dabei wisst, okay, das ist kein großes Problem für uns als Feuerwehren und wenn ich wirklich eine Brandstiftung habe, die ich zur Verrechnung bringe, dann muss ich auf Basis der Tarifordnung verrechnen. Der kleine Nachteil dabei, sollte der Brandstift die Rechnung dann nicht bezahlen, dann geht es nicht über den Kostenbescheid der Gemeinde, sondern ich muss das mit der Gemeinde über den Zivilrechtsweg einklagen. Ja, das wären die Themen. Noch ein kleiner Hinweis, Werbung in eigener Sache könnte man sagen. Wir haben ja vor längerer Zeit schon die Mund-Nasen-Schutzmasken in Form des Schlauchschalls eingeführt und jetzt dazu neu die Poly-Mund-Nasen-Schutzmaske. Wir haben diese mit Dezember bestellt. Ein bisschen überrascht hat uns dann die Regierung natürlich mit der Ankündigung die FFP2-Maske zu verpflichten. Wir haben die Masken schon bestellt gehabt und sind auch davon überzeugt, dass die grundsätzlich für den Feuerwehrdienst gut sind. Wir dürfen es nur jetzt noch nicht verwenden. Die ersten Masken sind eingetroffen, weitere Folgen, die Bestellungen laufen ganz gut und bin davon überzeugt, dass wir die Zeit, wo wir diese Masken tragen können, auf jeden Fall noch kriegen werden. Leider, ohne war es uns natürlich lieber, aber diese FFP2 liegt nicht mehr auf, wird mit einer bestimmten Zeit auch wieder zu Ende sein. Hoffen wir zumindest und dann können wir natürlich unsere Feuerwehrmasken in diesem Design, des neuen Designs des Landesverbandes auch verwenden. Bestellbar über Seibus, das kennt ihr eh schon. Da braucht man glaube ich nicht näher drauf hingehen. Wir haben auch eine Damengröße, Information folgt in Kürze. Wenn man sagt, man braucht ein bisschen eine geschiktere, eine kleinere, für zierlichere Gesichter, darum gibt es auch die zur Verwendung. Man merkt schon, wir haben ja Musterexemplare gehabt aus der ersten Charge und diese auch in der Öffentlichkeit getragen. Es schlägt einfach schon auf in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, wenn man mit diesen Masken auftritt. Man kennt das Feuerbewesen mit dem Feuerrat, mit dem 122er. Das ist einfach eine Darstellung nach draußen, eine positive Darstellung und man merkt schon, dass Feuerwehr sehr viel unterwegs ist. Nutzt es, wie gesagt, jetzt noch nicht, aber wenn denn dann hoffentlich zumindest die FFP2-Verpflichtung wieder Fall fällt, dann kann man zumindest diese Polymo-Nasenschutzmaske verwenden und die dann wieder ein bisschen geschickt ausschaut, als wäre das jetzige Schnabeltier-Design, das man fast hat. Gut, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Thema ist ein sehr wesentliches, das blockt uns doch in einer Form und bin davon überzeugt, nicht uns am meisten, sondern euch am meisten und es hat uns einfach dazu bewogen, dass wir jetzt einmal sagen, wir wollen wieder einmal schon erklären, was denn die Grundlage der Finanzierung im Feuerbewesen ist. Es kommen viele Fragen, Diskussionen, die bei uns im LFK landen, manche Möhnungen leider sehr unsachlich, der Herr Landesfeuerberkommandant hat es bereits erwähnt, zum Teil sogar beleidigend, nicht und mit dem Zitat, die Linzer Beamte im LFK haben keine Ahnung mehr, was an der Feuerwehrbasis geschieht, vielleicht aber ein bisschen ausschweifend, eine Feststellung. Ich bin kein Linzer, bin ein stolzer Bürretter aus dem Bezirk Vöcklerbruck im schönen Haushochviertel, bin kein Beamter, sondern ein Vertragsbediensteter im LFK, ob ich eine Ahnung habe oder nicht, das mögen andere beurteilen, aber von der Feuerwehrbasis haben wir, glaube ich, alle miteinander sehr viel schon gelernt und wissen auch jetzt mit Sicherheit noch, was dort passiert. Das wollten wir einfach einmal gesagt haben, das ist uns wichtig, wir halten eh viel aus und wir halten auch solche Meldungen aus, da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen, das kriegen wir schon, wir werden nicht so alt dafür, sage ich über, und wir dürfen auch einmal etwas Negatives raushalten, aber wichtig ist uns, dass wir einfach Dinge nicht im Raum stehen lassen, die vielleicht nicht ganz stimmen oder die sich vielleicht auch eingelebt haben, die irgendwo sich über Jahre, Jahrzehnte eingeschlichen haben und auf einmal wenn man draufkommt, im Moment, da sind wir in einer gescheidenen Schieflage, da müssen wir etwas ausrichten. Die Feuerwehrfinanzierung ist schon ein Thema, da bin ich davon überzeugt, die uns ziemlich weggerutscht ist, in eine Richtung, die nicht durch durchgelandet ist, wo es eigentlich hingehört. Wir haben über Jahre eine veränderte Praxis und müssen schauen, dass wir jetzt den Blick auf die eigentliche Verantwortung der Finanzierung des Feuerwehrwesens einfach wieder mehr schauen, dass man das nicht außerordentlich ist. Und wir haben eine gesetzliche Basis, das ist der Paragraf 5 im OE Feuerwehrgesetz, der für die Finanzierung des Feuerwehrwesens und für all unsere Diskussionen, die wir führen, die schwierig sind, die umfangreich sind, ist das trotzdem immer wieder die Grundlage und das darf man nicht auch so hochlassen. Ich habe euch einen Text zusammengefasst, das ist der Originaltext, wo ich nur die Betriebsfeuerwehr rausgenommen habe, weil es da jetzt weniger Rolle spielen, aus dem Feuerwehrgesetz. Und da ist ganz klar festgelegt, die Grundlage der Finanzierung des Feuerwehrwesens Nobel Österreich. Und wichtig ist, dass wir von diesem Limit wegdiskutieren. Es ist und bleibt die Pflichtbereichsgemeinde, die die Kosten für das Feuerwehrwesen im Einsatz, bei der Übung, bei der Ausbildung zu tragen hat. Mir ist schon klar, da erzähle ich jetzt nichts Neues, das wisst ihr alle miteinander sehr gut, das habe ich gelernt beim Kommandantenlehrgang und Umzugskommandantenlehrgang mit den rechtlichen Grundlagen. Aber es ist halt schon, glaube ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert, dass diese Verantwortung sich weggelebt hat. Über die verschiedensten Aktionen und auch Tätigkeiten, auch selbstkritisch muss man sehen, wo man sagt, kann man nicht das eine oder andere auch selbst heraufbeschweren. Woher es gekommen ist, ist eh wurscht. Wichtig ist, dass wir wieder zurückkommen auf eine Ebene, wo wir die Finanzierung des Feuerwehrwesens wirklich so machen, wie es eigentlich sein muss. Und wie gesagt, das Feuerwehrgesetz, Paragraf 5, gibt uns da eine ganz klare Grundlage. Uns ist wichtig, dass wir dieses Thema Feuerwehrfinanzierung, wenn wir zu euch sagen, hey, ihr müsst gewisse Dinge mit der Gemeinde machen, mit dem Bürgermeister machen, das soll nicht auslösen oder die Optik erwecken, dass wir das einfach weiter schieben, wie eine heiße Kartoffel, ich weiß, ein Arzt ist vor Ort, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das ist es nicht. Es ist einfach jetzt einmal der Ansatz da von uns, die Finanzierung des Feuerwehrwesens wieder auf ordentliche Beine zu stellen. Das ist eine Mammutaufgabe, ist mir völlig bewusst, gerade in jetziger Zeit, weil es einfach auch für die Gemeinden schwierig ist und jetzt wahrscheinlich noch schwieriger wird. Aber eins ist klar, der Landesfeierwehrverband und alle, die wir da sitzen, können nur die Rahmenbedingungen für die Feuerwehr und für euch, speziell für die Kommandanten geben, eine Vereinbarung vor Ort, die muss der Kommandant, die muss die Feuerwehr mit der Gemeinde, mit dem Bürgermeister selber treffen. Das ist einfach ein Thema, das sind die Budget, Diskussionen, die muss ich ordentlich führen und da einfach auch gleich einmal ein paar Dinge, wo man sagt, okay, einfach nur zu sagen, naja, das brauchen wir jetzt, so halt, oder wir wollen, das werden wir im Offen See freiwillig. Das sind keine Fakten. Ich habe es kürzlich selber wieder erlebt im persönlichen Umfeld und da, wenn ich nach 17 Jahren als Kommandant aufgehört habe, weiß ich noch gut, wie das jetzt bei meiner Feuerwehr weitergeht und wie die Abläufe sind. wenn du ein Budgetgespräch mit einem Bürgermeister, mit einem Amtsleiter ordentlich führst und dort wirklich auf Augenhöhe mit dem diskutierst und deine Bedarfe ordentlich begründest, dann ist das was anderes, wenn man jetzt sagt, naja, ob es eine Feuerwehr oder ein Bürgermeister gemäß Paragraph 5 hat das zum Zollen, danke. Das wird nicht funktionieren. Also wirklich, das Gespräch mit dem Bürgermeister suchen, das wird nicht ausbleiben. Ohne den wird es nicht funktionieren. Da kann der Landesverband mit dem Gemeinderessortleiter oder mit dem Gemeindebund machen, was er will. Wichtig ist, dass ihr vor Ort mit den Gemeinden eine ordentliche Zusammenarbeit habt und auch eine ordentliche Diskussion habt. Mir ist durchaus bewusst, dass es nicht immer einfach ist. Es gibt vielleicht persönliche Differenzen, es gibt vielleicht sogar politische Differenzen, aber das muss man im Sinne der Feuerwehr außer Acht lassen. Da geht es um die Sache Feuerwehr und das muss man weiterbringen. Ein folgendes Beispiel, nämlich der Beschaffung einer Schutzbekleidung. Und gerade das ist ja so ein Thema momentan mit 200 Euro Gemeindebeit, Landesbeitrag für die Gemeinde. Mit dem folgenden Beispiel wollen wir mal zeigen, wie die Finanzierung der Feuerwehrausstattung einfach funktioniert anhand dieses Paragraphen 5 im OE-Feibe-Gesetz. Eine Feuerwehr kauft eine Garniturschutzbekleidung, Jacke, Hose, Wismar kostet, ich habe es aufgerundet, 700 Euro, je nachdem, was da herstellt ist. So, jetzt besagt das der Paragraph 5 im Feuerwehrgesetz, einmal die Grundlage, das ist die Nulllinie, von der wir wegdiskutieren. Die 700 Euro für eine Garniturschutzbekleidung ist einmal grundsätzlich von der Gemeinde zu beschaffen, zu bezahlen und zu finanzieren. Definitiv. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, damit wir unser Dreiviertel-Neinenzüge nicht vergessen, aber da kommen wir schon hin. Die Kosten von den 700 Euro hat also einmal als Grundlage, die Gemeinde zu bezahlen. Jetzt sagen wir, das ist alles nett, das ist alles Theorie. Natürlich wird die Gemeinde unterstützt bei dieser Finanzierung dieser Aufgabe. Das Land Oberösterreich sagt, liebe Gemeinde, ich helfe dir mit Finanzmitteln bei deinen Pflichtaufgaben. Früher hat das geheißen BZ-Mittel, Bedarfszuweisungsmittel, heute nennt man das Gemeindefinanzierung neu, da gibt es einen Strukturfonds, gibt es einen Projektfonds und so weiter. Also das Land Oberösterreich unterstützt die Gemeinde bei der Finanzierung des Feuerwehrmessens. Dann kommt der Landesfeuerwehrverband ebenfalls aus dem Feuerwehrgesetz und fördert auch die Ausstattung der Feuerwehren und sagt, liebe Feuerwehren, liebe Gemeinden, auch wir finanzieren mit aus dem Feuerwehrgesetz und fördern den Ankauf so einer Schutzbegehung. Und dann kommt noch der dritte Part, den haben wir auch im Gesetz und zu dem müssen wir auch stehen. Die Feuerwehr trägt nach Maßgabe der vorhandenen Mittel zu diesen Kosten bei. Und das ist der Punkt, wo ich sage, wir haben gewisse Vergünstigungen, das heißt unser steuerfreie Festveranstaltungsgeschäft in erster Linie, wo wir sagen, okay, wir dürfen am 72 Stunden im Jahr Feuerwehrfeste veranstalten, um dort Geld zu lukrieren und dieses Geld auch steuerfrei zu lukrieren, damit wir es da rein schütten können. Und diese drei Dinge sind es, die auch per Gesetz den Gemeinden helfen. Also die Gemeinde steht eh nicht alleine da. Grafisch sagt wir haben die Kosten einer Schutzbekleidung von 700 Euro je Garnitur. Wenn ich die 200 Euro abziehe, die das Land Oberösterreich den Gemeinden ja zugesagt hat, ihr kennt es ja aus dem Jahr 2016, klare Zusage, wir Bedarfszuweisungsmittel waren es damals, wir finanzieren 200 Euro pro Garnitur Schutzbekleidung dazu, das heißt, für die Gemeinde bleiben nur einmal 500 Euro. Man hat es damals noch einmal eingeschliffen gehabt, hat gesagt, wir maximal drei pro Jahr. Das war Sache der Verteilung, das holt man grundsätzlich raus, aber wichtig ist, das Land Oberösterreich hat den Gemeinden zugesagt, wir unterstützen euch mit 200 Euro pro Garnitur Schutzbekleidung, ihr braucht es also nur die 500 Euro. So, da kommt der Landesfeuerwehrverband und sagt, wir fördern auch mit, wir zahlen 60 Euro pro Garnitur Schutzbekleidung zu den Kosten der Gemeinde, das ist ja immer die Basis, dass die Gemeinde die Kosten tragen muss, dazu, das heißt, von den ursprünglich 700 Euro bleiben jetzt einmal grundsätzlich nur die 440 Euro über. So, die 440 Euro sind die Kosten, die die Gemeinde per Gesetz noch zu tragen hat. Jetzt kommt die Feuerwehr ins Spiel, nämlich mit dem Passus, die Feuerwehr hat, beizutragen nach Maßgabe der vorhandenen Mittel und das ist, und das ist jetzt der springende Punkt, das ist die Vereinbarung zwischen Feuerwehr und Gemeinde, wo ich mich mit dem Bürgermeister zusammensitze und sage, lieber Herr Bürgermeister, lieber Amtsleiter, schau her, wir haben zu beschaffen. Wir brauchen Schutzbekleidung in dem Ausmaß, wobei das Thema brauchen natürlich auch zu argumentieren ist. Natürlich müssen wir sagen, naja, wir haben so und so viele Mitglieder, von denen stehen so viel im Einsatzdienst, für die brauchen wir Schutzbekleidung, das muss ordentlich argumentiert sein. Und wo diese Strich-Liefe letztendlich gelegt wird, das ist immer Sache der Vereinbarung zwischen Feuerwehr, letztendlich dem Kommandanten und dem Bürgermeister. Wir wissen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Vermögensstände, sprich Finanzkräfte bei den Feuerwehren gibt. Es wird Feuerwehren geben, die sagen, ich habe gerade Feuerwehrhaus gebaut, vielleicht sogar noch ein Auto gekauft, lieber Herr Bürgermeister, wir haben keine Möglichkeit, jetzt auch noch zur Einsatzbekleidung dazu zu bezahlen. Heißt, die vollen 440 Euro bleiben bei der Gemeinde, dort, wo sie immer waren, vom Beginn weg. Es kann natürlich auch sein, dass er freiwillig sagt, lieber Bürgermeister, zehn Jahre lang haben wir ein super Fest gehabt, die Investitionen waren die letzten Jahre auch nicht so groß, wir haben uns ein bisschen was angespart, wir zahlen einen größeren Beitrag dazu. Aber das ist Sache, die muss man von Ort ausmachten. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wo man sagt, liebe Kommandanten, schaut, dass ihr mit dem Bürgermeister ein ordentliches Verhältnis habt, dass einfach das ordentlich von Ort ausgerät wird. Wir brauchen nichts verstecken, das haben wir nicht noch. Und wir dürfen aber auch sagen, wo es Sache ist. Das ist das Um und Auf. Also diese strichlierte Linie, wo die gelegt wird, das ist eure Sache. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Part dazu. Ihr seht selber noch diese 200 Euro, die das Land der Gemeinde gibt, für die Lösung dieser Aufgabe, nämlich Beschaffung der Schutzbegleitung. Wenn jetzt dann plötzlich vom Jahr 2016 weg eine Gemeindefinanzierung neu eingeführt wird und statt den PZ-Mitteln die Gemeinde die Geldmittel in anderer Form kriegt, dann sage ich jetzt, fast ein bisschen provokant, ist uns dieses Feuerwehr eh fast egal. weil wichtig ist, dass die Gemeinde das Geld trotzdem kriegt. Nur, es ist Aufgabe trotzdem der Gemeinde dafür zu sorgen, dass es auch kriegt. Und dann zu sagen, naja, das Geld gibt es nicht mehr, weil es hat jetzt keine besondere Titulierung mehr oder wie auch immer, das darf man an der Stelle nicht gelten lassen. Es ist immer noch ein Geld, das das Land Oberösterreich der Gemeinde zugesagt hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben, nämlich die Finanzierung des Feuerwehrwesens in der Gemeinde. Und wenn das Land jetzt sagt, wir nennen es nicht mehr PZ-Mittel, sondern wir lösen das über eine Strukturfonds, sollte uns das Recht sein. Es ist kein Problem, wichtig ist, dass es die Gemeinde kriegt. Nur, dass es es kriegt, das ist Aufgabe der Gemeinde und nicht der Feuerwehr, was wir auch erlebt haben, wo dann der Amtsleiter oder der Bürgermeister die Feuerwehrkommandanten abspeist und sagt, naja, schaut mal zum Landeskommando, wir kriegen die 200 Euro nicht mehr vom Land, das müssen wir jetzt woanders besuchen. Nein, man muss wirklich den Spieß umdrehen und ich sage das genauso, wie es ist. Die Grundlage liegt bei der Gemeinde, die Feuerwehr unterstützt mit ihrem Anteil die Gemeinde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, das wird verhandelt, das mache ich mir mit dem Bürgermeister aus und wo der Bürgermeister die 200 Euro kriegt vom Land, das muss er wirklich mit dem Land auch klären und das macht nicht der Kommandant, das macht nicht die Feuerwehr, das macht aber auch nicht der Landesfeuerwehrverband, der zahlt die 60 Euro, das haben wir ausgemacht von Beginn weg, das tun wir auch heute noch und das soll es so geben. Mir ist bewusst, dass das Thema ein sehr tiefes ist, dass das eins ist, das auch emotional berührt, weil wenn es ums Geld geht, geht es immer um viel Arbeit, die dahintersteckt, ihr leistet immense Stunden bei der Aufbringung von Finanzmitteln, aber man muss einfach diese Dinge wieder mal zurecht drücken und schauen noch einmal, schauen und sagen, wer hat denn die Grundantwortung und ich hoffe, dass wir das jetzt einmal in der ersten Schiene wirklich umgebracht haben, dass man sagt, schaut her, wenn Sie euch mit euren Bürgermeistern, mit den Gemeinderäten zusammensitzen, sagt, jetzt diskutieren wir das Thema Feuerwehrfinanzierung einmal durch, dann bin ich mir sicher, ihr schafft es das auch, dass wir es ordentlich begründen können, das sind auch keine fiktiven Vorstellungen, wenn ihr es hier habt, ihr seid ja ein ganzes Jahr im Feuerwehrdienst, ihr wisst, was braucht es und ihr könnt es das auch ordentlich belegen und das ist einfach das Ziel, dass man in einem sachlichen Gespräch pure Argumente am Tisch legt und letztendlich eins auch zorgt und das gerade die letzten Wochen haben wir es auch gemacht, Gemeinden und Feuerwehren sitzen in einem Boot, Massentestung im Dezember, der Bürgermeister geht zum Feuerwehrkommandant und sagt, lieber Feuerwehrkommandant, ich brauche dich, wir haben jetzt wirklich was grob zum Umsetzen und jetzt müssen wir das Ding miteinander machen und als Feuerwehrkommandant, auch wenn ich es jetzt nicht mehr bin, kann ich ganz klar sagen, jawohl, lieber Bürgermeister, da unterstütze ich das, das ist Leistung für unsere Gemeinde, für die Bevölkerung, da muss man gar nicht mehr schauen, ob das wohl in einem Gesetz steht, dass das unsere Pflichtaufgabe ist, da stehe ich mich hin und sage, lieber Herr Bürgermeister, da helfe ich dir, da stehen wir zusammen, das machen wir miteinander und ich sage es vielleicht nur mal einen Schritt weiter, da diskutiere ich gar nicht wegen 10 Euro auf oder an, wenn ich die Finanzierung des Feuerwehrwesens in meiner Gemeinde auf ordentliche Schienen habe und wirklich auf Augenhöhe mit dem Bürgermeister verhandeln kann, dann brauche ich die 10 Euro auch nicht unbedingt, weil dann habe ich mein Feuerwehrwesen ordentlich finanziert und dann traue ich mich auch drüber, dass ich meine Kameraden und Kameradinnen wirklich auch einmal sage, jetzt stellen wir uns den Samstag hin und unterstützen unsere Gemeinde bei der Massenkrise und dann gibt es so sinnlose Diskussionen wie 10 Euro oder 20 Euro oder Togtarifordnung gar nicht mehr, weil dann braucht man es nicht oder die Geschichte, wie es jetzt da gekommen ist bei der Chatfunktion, wer tragt denn die Treibstoffkosten für die Vorzeige bei der Massentestung? Eigentlich sollte sich diese Frage gar nicht stellen, weil die Treibstoffkosten ein klarer Aufwand ist, der sowieso bei der Gemeinde liegen sollte und wenn ich sage, okay, jetzt habe ich 1.000 Euro Treibstoffkosten budgetiert, Hausnummer für das Jahr 2020 und jetzt bin ich aber so viele Kilometer gefahren, dass ich mit den Treibstoffkosten nicht auskomme, dann gibt es einen Hinweis an die Gemeinde, an den Bürgermeister, wir haben 100 Euro Treibstoff mehr gebraucht, weil wir dann den ganzen Tag bei der Massentestung gefahren sind. Ja, dann ist das so, aber die Kosten liegen dann bei der Gemeinde und nicht bei der Feuerwehr. Das ist ja vollkommen klar, dass es nicht sein kann, dass die Feuerwehr aus ihren Mitteln, die sie aus Haussammlung und Festveranstaltungen lukriert, den Treibstoff zahlt, dass wir nachher Logistik machen bei der Massentestung. Es ist auch, und das haben wir auch kürzlich gehabt bei einem Gespräch mit einer Bezirksverwaltungsbehörde, ganz klar, dass wenn eine Ölspur irgendwo ist, wo zum Beispiel kein Verursacher gefunden werden kann, nicht die Feuerwehr aus ihren eigenen Mitteln das Ölbindemittel aufbringt und dann sagt, das müssen wir finanzieren, weil wir haben ja keine Verursacher gefunden, wo wir eine Rechnung stellen. Nein, das ist nicht Sache der Feuerwehr. Dafür gibt es klare gesetzliche Grundlagen und das müssen wir lösen. Aber wichtig ist, dass wir es wieder mal auf Linie bringen. Die Gemeinden brauchen die Leistungen der Feuerwehr. Die Feuerwehren brauchen aber auch die Unterstützung der Gemeinden. Und eins, mit dem möchte ich jetzt schließen, nur im Zusammenspiel kann das funktionieren. Geht es mir ordentlich auf die Bürgermeister zu, auf die Bürgermeisterinnen, schaut, dass du eine ordentliche Linie zusammenbringst, dass es ordentlich argumentiert sind. Ich bin mir sicher, dann bringen wir auch die Finanzierung des Feuerwehrwesens zumindest mittelfristig wieder in die richtige Richtung. Das werden wir nicht von heute auf morgen schaffen, davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen es zumindest einmal angehen und schauen, dass wir das wieder hinbringen, wo es hingeht. In diesem Sinne wäre ich soweit durch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, zumindest bei jenen, die jetzt noch dran sind und darf zurückgeben ins Studio und ein guter Verkehrssprung. Danke und ich wünsche euch noch einen schönen Abend beim zweiten Durchgang von Deitris. Liebe Teilnehmer vom heutigen Webinar Kommandantenweiterbildungslehrgang, Dankeschön den beiden Vortragenden und den Landesfeuerwehrkommandanten und den Brandrat Markus Vogelhuber. Ich möchte kurz eine Zusammenfassung und ein kurzes Resümee ziehen. Nutzung der vorhandenen Medien. Ich glaube schon, dass uns das nicht nur die Pandemie aufgezwungen hat, sondern das ein sehr, sehr guter Weg ist, kompakte Information in die breite Masse zu bringen. Es waren aktuell bis vor kurzem 772 User und Teilnehmer online. Vermute, dass die einen oder anderen vielleicht das ein bisschen im Teamwork auch gemacht haben und das passt aber ganz genauso. Ich sage danke an alle Mitwirkenden, die im Hintergrund mich unterstützt haben und mitgearbeitet haben. Bei den Vortragenden jawohl, habe ich mich bedankt. Vor allem die IT des Hauses, die die ganze Technik immer aufbaut, wartet und dann schaut, dass es dementsprechend läuft. Die Lehrgangsverwaltung meinen Mitarbeitern in der Landesfeuerwehrschule, die die ganze Selbstverwaltung, die Einladung, Link erstellen des Webinars und so weiter gemacht haben und auch bei denen, die heute die Fragen beantwortet haben. Ich möchte noch, ja nicht nur Werbung, sondern hinweisen auf die nächsten Kommandanten-Weiterbildungssequenzen. Einige Fragen, die heute im Chat gestellt werden, werden genau bei den weiteren Themen in den Webinaren sicher angesprochen und behandelt werden. Das nächste Webinar ist am Freitag der 29. Jänner, ebenfalls wieder von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Ein Thema wird sein Digitalfunk, Richtlinien, Leitstellenverbund, Funkrufnamen, wird der Brandrat Bernhard Gutjahr bis vortragender sein und dann ein großer Teil über das gesamte Bewerbswesen, wie geht es weiter und dann nicht nur um unsere Abschnittsbewerbe, Bezirksbewerbe und auch den Landesfeuerwehrleistungsbewerb, wer bekannt ist, sondern auch, wie schaut es mit den Funkleistungsbewerben, mit den Abzeichen aus, wie schaut es mit im Bereich der Wasserwehr und so weiter aus. Vortragender wird sein unser Landesbewerbsleiter der Brandrat Hannes Niedermeyer und hat aber durchaus einen Experten, die mit seinem Hintergrund, wo sämtliche Landesbewerbsleiter der Spaten, die ich erwähnt habe, die Fragen auch dann beantworten werden. Dann geht es weiter am 11. Februar, Zeit ist immer wieder die gleiche, Informationen über Akkubrände generell, ein Referent der BVS wird da hier sein bei uns, Naturkatastrophe und Prävention, Referent EPZ, Prävention allgemein, gemeinsam sicher Feuerwehr, wird der Haus Interim von Brandrat Reisinger vorgetragen werden und dann war auch hin und wieder heute eine Frage im Chat, Bekleidungsordnung neu wird vom Abi Beiräder und gleichzeitig auch Bezirkskommandant des Bezirkes Berg vorgetragen werden. Am 23. Februar ist die letzte Sequenz der Kommandanten Weiterbildung und hier wird es großteils gehen in dem Bereich Katastrophenschutz, wo ebenfalls einige Fragen im Chat heute schon gestellt wurden, digitale Einsatzführungsunterstützung, aktuelles aus dem Bereich Landeskatastrophenschutz, Kfz-Kennzeichen, Abfrage, Bewusstseinsbildung, Einsatzführungsunterstützungseinheiten, diese Themen werden von unserem Landesvollbekannten Stellvertreter Michael Hutterer vorgetragen werden und dann noch Brände von Elektrofahrzeugen, Fall- und Einsatzbeispiele und das wird vom Hauptamtswalter Springer Hubert von Rohrbach vorgetragen werden. Ich sage nochmal Danke für die heutige Teilnahme, wünsche euch weiterhin alles Gute, Markus Vogel über uns bereits erwähnt, wir werden pünktlich fertig, 20.45 Uhr Start des zweiten Durchgangs des Neidres, hoffen wir, dass wir dort einen österreichischen Erfolg feiern können, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schönen Abend. Doe Tschüss Ihr Get das W inputs